Reclaim. Der Kampf um die Demokratie auf Tiki-Toki. Politik auf TikTok ist ein Schlachtfeld. Algorithmisch gesteuerter Populismus. Diese Regierung hasst Deutschland. Die AfD hat die Oberhand. Zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Und die Jugend? Man kann übrigens beim WDR Programmbeschwerden einreichen. Das wäre doch mal eine geile Online-Aktivismus-Geschichte, oder? Dass wir uns mal so eine Programmbeschwerde zusammenschreiben, die dann einfach jeder rausschickt. An alle Linken, schämt ihr euch eigentlich nicht, dass ihr Deutschland so hintergeht? Nein, eigentlich nicht. Jetzt habe ich noch kurz drüber nachgedacht. Fick diesen Schweinestaat. Fick dieses Schweinesystem. Was passiert gerade auf TikTok? Da gibt es einiges, ja. Leute gehen davon aus, dass wir eine Diktatur legen. Für viele gibt es nur zwei Parteien, die AfD und die Grünen. Junge Menschen vertrauen einfach der AfD. Wenn ich das am Donnerstag veröffentliche, am Freitag stehe ich auf. Die kenne ich. Die macht so Worterklärungen. Sie macht nur Videos, was man nicht mehr sagen darf. Ich lasse mir von der überhaupt nichts sagen. Deren TikTok-Kanal ist für mich eine schrittweise Entmündigung des Bürgers. Sie sagt sowas wie, ja, Arbeit macht frei, darf man nicht mehr sagen. Und ich so, wie? So Quatsch. Morgen ist und denke mir, ach, jetzt muss ich mir das gleich wieder alles geben, die Scheiße. Den Pony ja kennt man, der Pony steht auf Angriff, Alter. Der Pony steht auf Angriff. Wer kämpft dagegen an? Diese Plattform gehört nicht euch, das Internet gehört nicht euch. Nur weil ihr laut seid, lassen wir uns das nicht gefallen und holen uns das zurück. Wir nehmen euch mit ins Rabbit Hole. Hello World. Es ist 2024 und das ist normal? Angeblich sind wir rechts. Dabei sind wir einfach... Mein Ziel ist es übrigens, dass irgendwann der Öffentlich-Rechtliche anfängt, so eine Propaganda-Reportage über mich und meine TikToks zu machen. Ja? Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein linker Populismus muss irgendwann auf den Level kommen, dass der Öffentlich-Rechtliche sagt, ich bin eine Gefahr. Mitschreiben, Freunde, das ist alles wichtige Recherche-Arbeit hier. Wir dürfen nicht mehr wütend werden, wenn wir rechten Populismus sehen. Wir müssen gucken, wie wir es besser machen. Wir müssen einfach copy, copy and perfect. Völlig normal. Das sind No-Go-Areas. Frauen und Mädchen sind freiwillig. Bei so manchen Schutzsuchenden sitzt der Feitel ganz besonders locker. Der Feitel sitzt ganz besonders locker. Mesterstecherei. Die knallharten Folgen des Bevölkerungsaustauschs. Wir sind die letzte Generation für die Remigration. Natürlich mache ich Politik für Minderheiten. Welche denn? Für Deutsche natürlich. Wir sind ein Team vom österreichischen Digitalverlag Hashtag. Wir waren in den politischen Bubbles von Rechtspopulisten auf TikTok. Aber wir waren nicht nur am Handy, sondern auch unterwegs und haben schlaue Leute getroffen, die uns den ganzen Wahnsinn einordnen. Warum sind rechter Populismus und TikTok so ein Match? Wenn es drei... Warte mal, bis du die rote Sonne siehst. ...einen oder zwei sehr einfache Sätze rauszuhauen oder gegen die korrupten Eliten zu wettern. Das ist natürlich einfach und lässt sich auch sehr gut in kleine Videos verpacken. Wie werden junge Menschen über Social Media radikalisiert? Welche Rolle spielen rechtsextreme Netzwerke für die politischen Parteien? Die Allianz von Spaß und Hass bedeutet, dass man zum Teil versucht, Hass zu verschleiern und spielerisch aufzubauen. Was macht dieses Dauerfeuer aus Hooks und Punchlines mit unserem Meinungsklima? Und ich muss eine Geschichte erzählen von einem TikTok. Es gibt einen TikTok, wo ich auf das Video von Vincent reagiert habe, wo der die linken Gruppen erklärt. Und ich gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass Lezina ein Anti-Imperialist wird. Weil ich einen Anti-Imperialist in meinem Freundeskreis möchte. Weißt du? So einen 40-Jährigen wie Patrick, der dann einfach abends in den Discord kommt und sowas sagt wie... Ja, diese... Die Arschgeigen aus Amerika. Weißt du? So die einfach... Weißt du? Einfach so ein bisschen... Einfach immer so ein bisschen auf Amerika schieben. Immer so ein vernünftiges Ami-Go-Home-Abends. Würde ich mir wünschen. Würde ich mir wünschen. Und das ist auf TikTok gelandet. Und dann hat eine Freundin von Patrick, eine Freundin von Patrick, hat ihm geschrieben und hat ihn gefragt, sag mal Patrick, ich wusste gar nicht, dass du Anti-Imperialist bist. Und ich so, krass. Ist die ein bisschen dumm? Die benutzt TikTok. Hammer. Und hör auf, dich hier akademisch über andere Leute zu stellen. TikTok ist Leben. TikTok sind Weisheiten. Die rote Sonne wird nicht in Frage gestellt. Und wo kann es enden, wenn niemand dagegen hält? Er marschiert wieder im Gleichschritt. Im Gleichschritt wird gegen Andersdenkende vorgegangen. Sorry aus deiner Villa, du Hund. Ja, Delta, ja! Gegen Andersdenkende. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Nie wieder. Nie wieder ist jetzt. Da gebe ich Ihnen recht. Nie wieder ist jetzt. Auch indem man staatskonforme Medienhäuser quasi als zweite Stasi aufbaut. Ich küsse dein Herz, Maximilian Kraa, du kleine Drecksau, ey. Geiler Mann. Hier ist es. Das war doch nicht alles Verbrecher. Wahlkampf einfach vorbei. Auf die Europa-Wahlkampf komplett beendet. Auf Wiedersehen. Das ist aber auch ein Film über Widerstand auf TikTok. Was wirkt überhaupt? Wer stellt sich dagegen und zu welchem Preis? Das ist auch, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wer er ist, aber meine Lieblings-Links-Liberalen sind die, die so Pullis tragen, wo draufsteht People not Profit und dann die Grünen wählen. Das sind meine Lieblingsmenschen. Film über Widerstand auf TikTok. Was wirkt überhaupt? Wer stellt sich dagegen und zu welchem Preis? 2024 ist ein Super-Wahljahr. Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit sind zur Wahl aufgerufen. Auch in der... Zwei Milliarden, das ist zwei Milliarden, ey. Die fünfte Internationale ist zum Greifen nah. Alles, was wir brauchen, sind eure TikTok. Wir brauchen eure TikTok-Kanäle. Ihr müsst auf TikTok und ihr müsst liken und teilen und kommentieren und das voranschreiten. Ich schwöre euch bei Gott, ich schwöre euch bei Gott, politische Meinungsbildung der nächsten Generation wird auf TikTok stattfinden. Oder TikTok wird verboten, eins von beiden. Aber TikTok wird, und jetzt ist das schon so, dass das Meinungsbildung für junge Menschen bedeutet. Politische Meinungsbildung ist TikTok. Punkt. In Deutschland in gleich drei Bundesländern und bei den Nationalratswahlen in Österreich. Bei all diesen Wahlen sieht es bislang für Rechtspopulisten in Umfragen gut aus. Bei Gott, ja Kilo, auch für dich nochmal ganz speziell, bei Allah. Bei Allah, das passiert. Mit über sechs Millionen Likes erreicht die deutsche AfD auf TikTok mehr Menschen als alle anderen Parteien, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Geht man nach Followern, sind in den Top 5 der deutschen PolitikerInnen-Accounts drei von der AfD. Miguel Claus ist einer von ihnen. Wenn ich mal kurz 100 Likes machen, dann haben wir es schon. Er hat seine eigene Theorie, warum die AfD in sozialen Medien so punktet. Es hat alles angefangen mit den politischen Talkshows, wo wir nicht eingeladen werden. Und aufgrund dessen, dass wir da nie eingeladen worden sind, haben wir gesagt, dann müssen wir in den Social-Media-Bereich gehen. Warum sagen einige vierte und andere fünfte Internationale? Vierte Internationale ist die von Trotzki. Und ich mag Trotzki, aber ich würde mich schon über Trotzki stellen persönlich. Deswegen sage ich die fünfte. Man kann auch sagen, die kalsche Internationale. Das wäre auch in Ordnung. Und ich glaube, die AfD hat am Anfang gleich angefangen, Mitarbeiter nur für Social-Media einzustellen. Wir haben halt einige Jahre Vorsprung wie die anderen Parteien und Fraktionen, weil wir da ja schon lang dabei sind und natürlich auch die Expertise da haben. Die Talkshow-Einladungspolitik wird gern von der AfD kritisiert. Allerdings traten AfD-Spitzenpolitiker schon in fast allen großen Talkshows auf. Auf TikTok setzt Miguel Claus auf Livestreams. Der Landtagsabgeordnete ist seit mehreren Jahren auf der Plattform aktiv. Sollte ich auch machen, ne? Schwer bei Gott, das ist der nächste Step. Der Upstep wird sein, dass ich mir auf Etsy so eine Kommunistentunika hole und mich dann auf TikTok hinsetze und einfach so auf die Kacke haue, also einfach so auf die Kacke haue, dass man mich gucken und hassen muss. Also wirklich krank auf die Kacke hauen. Ja, bei einer Weihnachtsfeier war das, bei einer AfD-Weihnachtsfeier. Und ein Bundestagsabgeordneter hat mir gesagt, ich soll auf TikTok gehen. Das ist einfach eine andere Reichweite, einfach anders. War noch ein bisschen skeptisch erst und hab dann aber mich drauf eingelassen, weil man hat ja auch so viele Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, sehr wichtige, oder Twitter und ein bisschen Telegram und YouTube-Kanal natürlich. Also irgendwas wird es ja zu viel. Aber ja, dann habe ich mich bei TikTok angemeldet und so ist dann die TikTok-Karriere gestartet. Anscheinend werden viele Schüler gezwungen, bei diesen Demos gegen rechts teilzunehmen. Moment, das kann man nicht so stehen lassen. Eine von vielen Behauptungen, mit denen die AfD Stimmung macht, ohne Belege zu liefern. Der TikTok-Kanal, der wird eigentlich fast komplett von mir gemacht und gespielt. Lass dich in fünf Jahren auch für das EU-Parlament aufstellen. Wenn du reinkommst, kannst du einfach weitermachen wie davor und bekommst fünf Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nee, mein Plan ist, dass ich mich in fünf Jahren für die Linke, für das EU-Parlament aufstellen lasse und dann zwei Wochen vor der Wahl sage, Stalin, das war kein Verbrecher. Stalin hat nicht nur Schlechtes gemacht. Die Videos, ich führe auch die Untertüte rein, ich mache die Hintergrundmusik, das mache eigentlich alles ich. Also ich gebe dann immer bei Suchfunktionen Epic Music ein. Und dann kommen ja Vorschläge und dann suche ich mir da irgendwas raus, was vielleicht einigermaßen passendes. Ich habe ja auch so Epic Music mit Klavier, also das habe ich sehr, sehr oft. Das habe ich sehr, sehr oft, was eigentlich jetzt nicht so dramatisch ist. Klingt doch erstmal ganz einfach, aber was steckt dahinter? Jetzt mitschreiben, Freunde. Me looking at Bro after I showed him how to do all the Buchungssätze. Die Gotte 1, I've got my Schularbeit with 7 from 59 Points. Der TikTok-Algorithmus unterscheidet sich von anderen Social-Media-Plattformen. Jedes Video kann Publikum bekommen, egal ob ein Account viele Follower hat oder nicht. In Millisekunden wird gemessen, wie lange die Aufmerksamkeit hält. Wer dranbleibt, bekommt mehr davon. Generell rechtspopulistische Parteien waren extrem gut darin, immer die... Deswegen muss ich, deswegen brauche ich auch die, deswegen brauche ich auch die Sozialisten-Tunika von Etsy. Ja, deswegen brauche ich so ein, auch so ein weißer Stalin-Anzug, wäre auch geil. Dass die Leute sich erst... Hä? Dass die Leute erstmal so die erste Sekunde so komplett verdutzt sind, wer da überhaupt sitzt. Warum sitzt da ein Vetter in Mao-Tunika? Was? Hä? Die neuesten Technologien auszunutzen. Sie müssen mit innovativen Methoden arbeiten, um bis in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Die Leute, die der AfD nahestehen, sind quasi groß geworden mit einer Social-Media-Kommunikation. Und dann hat die AfD etwas getan, was für andere Parteien so bäh war und so Kindergarten-Logik. Sie hat die Leute aufgefordert, wenn ihr wollt, dass um uns gesprochen wird, wenn ihr wollt, dass unsere Themen breitgetragen werden, dann müsst ihr teilen, teilen, teilen. Und das ist jetzt eingeübt. Da sind sehr viele Sympathisantinnen und Sympathisanten der AfD mit dabei, die zu Hause aus Eigenantrieb zwei, drei Accounts aufsetzen und schlicht und ergreifend Botschaften der AfD verlängern, indem sie diese Botschaften reposten. Wenn man tiefer in diese ganze Gemengelage eintaucht, sieht man, dass es da auch ganz klar inauthentische Accounts gibt, die verdeckt AfD-Botschaften verbreiten. Zum Beispiel so kann ein inauthentischer Account aussehen. Ein offiziell klingender Name mit einschlägigem Inhalt, der aber erst auf den zweiten Blick auffällt. TikTok hat in seinem jüngsten vierteljährlichen Transparenzbericht angegeben, ein Netzwerk aus 32 inauthentischen Accounts gesperrt zu haben. Die haben nicht nur AfD-Narrative gepusht, sondern auch die Argumente russischer Staatsmedien, um damit den politischen Diskurs in Deutschland zu beeinflussen. Ich habe übrigens nicht vor, irgendwie den politischen Austausch in Deutschland zu beeinflussen. Bei mir geht es ausschließlich um seichte Unterhaltung. Ich mache seichte Unterhaltung. Das ist alles. Rhythmus rechten Netzwerken in die Hände? Auf Anfrage verweist der Konzern auf die Community-Richtlinien, nach denen zum Beispiel keiner... Nur 32 in einem Jahr? Ja, 32. Sind nur noch 1,6 Millionen verbleibend. Aber 32 ist schon mal ein guter Anfang. Irgendwo muss man ja anfangen. ...hassrede geduldet werde. Ein Beispiel. Die Reichweite von AfD-Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah, der mit besonders demagogischen Inhalten auffällt, wurde von der Plattform gedrosselt. Ist das der richtige Weg? Ich habe immer große Bauchschmerzen, wenn quasi privatwirtschaftlich organisierte Institutionen wie Plattformen darüber entscheiden, was wir in Deutschland wie wahrnehmen und wie unsere Meinungsbildung hier passiert. Heute ist die AfD, morgen ist vielleicht CDU-Inhalte oder SPD-Inhalte. Oder noch schlimmer, ich. Keiner hat darauf Einfluss, kein Gesetz, kein Gericht, sondern eine privatwirtschaftliche Plattform, die aus China kommt in dem Fall auch. Die chinesische Plattform TikTok ist die am schnellsten wachsende Social-Media-App. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil TikTok ja eine chinesische Plattform ist, dass es mir eigentlich ganz gut geht. Also dass ich da nicht zu befürchten habe, eingeschränkt zu werden. Allein in Deutschland nutzen sie 20,9 Millionen Menschen. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. In Österreich spiegelt sich das Bild. Hier sind es 2,1 Millionen. Und ihre durchschnittliche Nutzungsdauer? Anderthalb Stunden pro Tag. Wow. An TikTok kommt man 2024 nicht vorbei. Auch nicht als Bundeskanzler. Den Kanzler kann ich schon versprechen, dass er demnächst TikTok tanzen kann, wenn wir das gemeinsam entscheiden. Zwei Weine, sogenannte Zukunftsweine, ob sie die heute Abend schon direkt auf den Heimweg köpfen oder irgendwann in einer Stillstunde mit ihrer Frau bleibt, ihnen überlassen. Andere Sachen ist auch, dass man nicht verstanden hat, wie die Kultur von TikTok ist und wie auch so eine Dynamik quasi vom Storytelling funktioniert. Das interessiert da draußen niemanden, wer du bist, sondern du musst die Leute am besten natürlich mit dem Thema gleich reinziehen. Revolution bei TikTok. Heute geht es los. Mein erster... Es ist unfassbar. Sie kriegt ja diesen Vogel an, Alter. Sascha Lobo, ey, wirklich. Das ist auch ein Kackstift, Alter, wirklich. TikTok-Beitrag. Stark. Ich hab's gefunden. Auf TikTok. Und in gewisser Weise ist es ja auch voll 90er. Ich hab noch gar keinen TikTok-Account, aber ich hab gehört, ich komm da trotzdem ab und an vor. Wer sind denn die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, also unsere Verfassung? Aber es gibt sie doch. Politikerinnen und Politiker, die TikTok verstanden haben. Wie steht es um die TikTok-Strategie der anderen Parteien? Wir starten eine Umfrage unter den reichweitenstärksten Accounts und den SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl. Aus Deutschland und Österreich. Die Plattform Hashtag Jetzt hat mir unter dem Motto Politik-Oida einige Fragen gestellt, die ich in diesem Video beantworten werde. Wie würden Sie Ihre Strategie beschreiben? Wir teilen eigentlich das, was wir tun hier im Parlament. Versuchen vielleicht in bestimmten Formaten Politik... Was ist denn NEOS? NEOS-Nationalratsabgeordneter. Wer ist das denn? Was ist das denn? Voli internationali e intercontinale. Ist die österreichische FDP. ...verständlicher zu machen, ohne Politik-Blabla, in einfacherer Sprache. Naja... 100 fehlen noch. Ja, die kriegst du aber. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, Roman, dass du die nächsten 100 auch noch irgendwie finanziert bekommst in den nächsten Wochen. Unsere Zielgruppe sind natürlich vor allen Dingen junge Menschen, die diese Plattform benutzen. Wir wollen sie auch unterhalten, wir wollen sie aber auch politisch begleiten, denn ab 16 darf gewählt werden. Wir sind total authentisch, wir reagieren relativ schnell, weil nur spontan ist wirklich gut. Politik ist ehrlicherweise oft ziemlich langweilig und unnötig kompliziert und das wollen wir eben aufbrechen, indem wir dann auch mal ein bisschen provozieren, ein bisschen emotional sind, aber am Ende alles, was wir da sagen, auch mit Fakten hinterlegen können. Dass Politik schon auch anders geht, dass jeder und jeder mitmachen kann, dass wir alles nur Menschen sind, die manchmal Fehler machen und manchmal Erfolge feiern und auch die Emotionen dahinter zu zeigen. Wir wollen natürlich zeigen, als jüngster Abgeordneter der CDU, CSU, dass wir... Du bist Mitte 40, was jüngster Abgeordneter der CSU? ...jeges Medium mitnehmen, aber wir wollen natürlich auch zeigen, dass die CSU sich in jedem Medium wohlfühlt. Das sehen wir auch zum Beispiel an den TikToks von Markus Söder. Die Strategie ist wie folgt, wir überlegen uns, wie wir politische Inhalte leicht verständlich... Er ist wirklich fucking absolut giga-cringe, ne? Lutz Liebscher. Keine Ahnung, wie man in der SPD sein kann und solche Cringe-Dinger machen kann, wirklich, das ist wirklich so, da kriege ich jedes Mal Hass. ...niedrigschwellig auf TikTok bringen können und wir versuchen dabei... ...bezahlbarer Wohnraum? Wo? Da deine Partei regiert, du Arschloch! Entschuldigung. ...auf Musiktrends und andere Entwicklungen auf TikTok einzugehen. Selbstverständlich verwende ich TikTok, weil es eine super Chance ist, über die sozialen Medien einen Blick hinter die Kulissen zu machen. Wir setzen dabei auf eine einladende, aktivierende Ansprache. Übrigens Samstag bei mir, Martin Schirlewahn. Samstag. Samstag um, ich glaube, 17 Uhr oder so. Ich glaube, Samstag 17 Uhr. Die Lust macht gemeinsam mit uns gegen die Nazis für soziale Sicherheit, für Frieden und Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Speed-Radikalisierung von jungen Menschen durch TikTok. Was hat TikTok mit Politik gemeinsam? Orkan Östermier ist SPD-Abgeordneter in Berlin. Doch am Ersten. Ja, wir haben gesagt, guck mal, wir haben erst drüber nachgedacht, ob wir es irgendwie verschieben. Aber dann doch nicht, weil fick halt die Champions League so. Ich fick Rheinmetall, fick Borussia Dortmund, fick die Champions League. Er spricht auf TikTok viel über Radikalisierung. Man muss eben verstehen, dass Social Media eben auch im sozialen Raum ist. Und den zu reclaimen, also sich zurückzuholen von den Rechtsextremisten und den ganzen Extremisten generell, das ist eine Aufgabe, an der wir nicht scheitern dürfen. Weil ansonsten haben wir wirklich ein riesiges Problem. Würden wir alle anfangen, hier Content zu machen und uns politisch zu äußern, dann hätte die AfD keine Chance. Das ist Maggie, in einem der ersten Videos mit dem Hashtag reclaimtiktok im März 2024. Just saying, aber reclaimtiktok ist, da war ich schon, ich war schon lange vor den ganzen Geigen auf reclaimtiktok unterwegs. Das Konzept ist simpel. Wir fluten die Plattform TikTok mit massenhaft progressiven Content. Real Talk war ich, ich, reclaimtiktok, das bin ich. Ich komme aus der Klimabewegung. Ich bin seit mittlerweile fünf Jahren dort aktiv. Ich habe mit 16 angefangen, Schule zu bestreiken für Klimaschutz. Das Projekt reclaimtiktok ist nicht von Fridays for Future gestartet, aber es kommt von Leuten, die dort aktiv waren. Hi, das bin ich. Hey, Elisina, ich habe mir heute die Geschichte erzählt, wie eine Freundin von dir dich einen Anti-Imperialisten genannt hat, wegen einem TikTok von mir und das glaubt mir keiner. Das ist echt crazy. Ich bin Maggie und ich bin Klimaaktivistin und seit kurzem auf TikTok. Und das gehört ehrlicherweise zu den peinlichsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber was tun wir nicht alle? Auf der, ein Teil der Geschichte, die ich nicht, also die ich nicht mit vorgetragen habe, ist, dass Patrick dann gefragt hat, wie sie mich dann überhaupt kennt. Und dann, scheiß Amerikaner. Dankeschön, Patrick, du gibst mir sehr viel Kraft und Energie. Und die Freundin von Patrick gesagt hat, naja, ich kenne Kai, weil der mich mal auf Twitter beleidigt hat. Der hat mich mal auf Twitter durchbeleidigt. Alles um die AfD zu stoppen. Sorry, sorry. Wir waren zu Millionen auf den Straßen. Entschuldigung. Er stellt eigene Accounts. Bringt eure Freunde dazu, Videos zu kreieren. Warte, ich will nur kurz schnell noch für den TikTok. Behind the Scenes. Okay, auf TikTok ist es möglich, auch mit null Followern bereits richtig erfolgreiche Videos zu haben. Das Wichtigste ist nur, dass wir jetzt aus der Gesellschaft, aus den ganzen Leuten, die auf den Demonstrationen waren, auch auf TikTok eine Stimme erheben und einfach dort laut sind. Ich habe das Gefühl, mit Reclaim TikTok beanspruchen wir ja nicht nur eine Plattform für uns, sondern auch einfach... Ich bekomme so viele schlecht geschnittenen TikTok mit viel zu lauter Musik von dir eingespielt. Ey, they're trying, Roman. They're trying. Das sind, keine Ahnung, ich stelle mir mal vor, dass da irgendwie 15-Jährigen sind oder so Mitte-40-Jährige, die noch nie irgendwas mit Videoschnitt oder Internet zu tun hatten und die es einfach nur versuchen, weil sie was machen wollen. Und das ist, I appreciate. I appreciate. Ich habe eine ganze Generation wieder, die wir mal irgendwie auch hatten. Also zu dem Zeitpunkt, an dem wir angefangen haben, Fridays for Future-Demos zu organisieren, war einfach so das Konzept, die junge Generation ist progressiv, die ist politisch involviert und die macht sich Gedanken darum, was mit der Welt passiert, so gesetzt. Und mittlerweile ist das einfach ein größeres Fragezeichen. Reden wir mal über die Jugend, denn die ist unzufrieden, verunsichert und driftet deutlich nach rechts. Laut einer aktuellen online durchgeführten Jugendstudie. 25 Prozent wissen überhaupt nicht, wen sie wählen sollen. 10 Prozent wollen gar nicht wählen. Und von den anderen würden 22 Prozent ihre Stimme der AfD geben. Das ist halt crazy, das halt, also AfD schockiert mich nicht so sehr wie CDU, muss ich sagen. Dass 20 Prozent der jungen Menschen die CDU wählen, das ist schocking. Das ist schocking. So viele wie noch nie. Die befragten 14- bis 29-Jährigen fühlen sich zurückgelassen und blicken insgesamt... Das ist noch schockierender als FDP. Bei der letzten Bundestagswahl waren es ja die Grünen und die FDP, die bei Jungen sehr beliebt waren. Und ich habe beides verstehen können. Aber CDU verstehe ich nicht. CDU komme ich nicht dahinter. Ich weiß nicht, was sich so ein junger Mensch denkt. Komme ich nicht in die Birnen rein. ... pessimistisch in die Zukunft. Besser erklären kann das der Soziologe Aladin El-Mafalani, der für seine Arbeit kürzlich das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. So wachsen jetzt die jungen Leute auf, die kriegen mit, die Alten sind orientierungslos. Es gibt total viele Veränderungen, die mich betreffen. Die Zukunftsperspektiven sind nicht da. Die kriegen ja Krisen mit, die haben die alten Semester nicht so erlebt. Die kriegen mit, dass die ganze Ordnung zerbricht. Was dabei untergegangen ist, ist, dass die jungen Leute total politisch sind. Das fiel als erstes auf, boah, auf einmal kommt Fridays for Future. Aber wenn wir über Nahostkonflikte jetzt zum Beispiel gerade sprechen, das ist unfassbar, wie politisiert die sind, weil die ja merken, dass es schon alles sie direkt zu interessieren hat. All diese Probleme polarisieren. Sogar innerhalb der Gen Z gibt es eine Spaltung zwischen immer konservativeren jungen Männern und zunehmend liberalen jungen Frauen. Warum es bei den jungen Frauen so ist, ist... Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Junge FDP-Wähler denken sich nun mal, sie würden auch mal reich werden, aber junge CDU-Wähler sind da realistischer, die denken nur, sie werden auch mal alt. Ja, ja, ja. Ich glaube eher, dass das, was Tamar gesagt, schon ziemlich gut den Kern der Sache trifft. Denen wurden die rechten Ansichten indoktriniert, aber sie haben jetzt aufgeschnappt, dass die AfD-Nazis sind und die CDU halt nicht. Ich glaube, so traurig das klingt, aber ich glaube, das ist der Grund. Ich glaube auch, dass die halt schon so ein bisschen, die sind halt schon auch ausländerfeindlich und die finden das auch geil, ne, mit Ausländern raus und so, aber die wollen halt auch mit Nazis nichts so am Hut haben. Und dann wählen sie halt CDU, was halt crazy ist. Das ist halt crazy. Fast so crazy, als wenn man irgendwie mit Anfang 30 ein riesiges Publikum dazu animiert, die Grünen zu wählen, weil man glaubt, wenn Annalena Baerbock Kanzlerin wird, dann wird sich was ändern im System. Aber zum Glück macht das keiner. Leicht zu erklären, die wachsen mit immer mehr Möglichkeiten auf und lassen sich dann nicht mehr aufhalten. Ist das nicht im Grunde die Identität der CDU seit immer? Ey, nee, würde ich so gar nicht sagen, Alter. Ich würde eher sagen, dass die CDU unter Merkel so ein wildes Wischiwaschi weiter so geschwätzt gewesen ist. So, Angela Merkel hat den Leuten genau das gegeben, was sie wollten. Und zwar, sie müssen sich einfach nicht mit Politik auseinandersetzen. Verschwendet keinen einzigen Gedanken an irgendwas Politisches. Ich bin schon da, die Mutti regelt das schon. Und da hat aber auch keiner über Politik gesprochen. Niemand. Niemand hat sich für Politik interessiert. Niemand hat darüber gesprochen. War einfach immer nur so, ja gut, das muss ja, Angela Merkel, Mutti. Ich mag Mutti. Ich mag die Mutti. Selbst ich mag Mutti. Das müsst ihr euch überlegen. Und die ist eine Konserve. Für die ist vieles selbstverständlich. Und bei jungen Männern kann man das zurückführen auf so eine Orientierungslosigkeit. Die sind am stärksten betroffen jetzt von den Rollenveränderungen zwischen Männern und Frauen. Diese Diskussion auch um Geschlechterzugehörigkeiten, um sexuelle Orientierung. Das alles wird im Prinzip liberalisierter. Und die erste Generation, die das richtig mitbekommt, richtig abbekommt, das sind eben die Jüngeren. Die auch mitbekommen, dass es so einen Verlust auch gibt aus ihrer Perspektive. Was bedeutet das, wenn junge Menschen politisiert sind, aber sich gleichzeitig abgehängt fühlen? Sie werden anfälliger für radikale Botschaften, weiß die Forschung. Hallo junge Menschen, ich bin's, der Karl. Forscherin Julia Ebner. Ich konnte in meinen Recherchen sehr stark beobachten, wie auch ganz junge Menschen immer mehr nach rechts abgedriftet sind. Also die Generation Z und teilweise sogar auch schon Generation Alpha, das heißt wirklich die, die jetzt noch zur Schule gehen, waren teilweise besonders anfällig für radikale Narrative von rechts. Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass sich viele nach einem ganz radikalen Wandel sehnen und dass auch die rechten Bewegungen sich das zur Strategie gemacht haben, die jüngsten Generationen anzuziehen. Soziale Medien leben davon, dass man sich beteiligt. Und gerade bei TikTok kann man schnell und ohne große Kosten... Ab wann ist man nicht mehr junger Mensch? Das kommt darauf an. Also es ist auch so eine Parteienzugehörigkeit. Bei den Grünen würde ich sagen so Mitte 20, bei der SPD Mitte 30, bei der CDU Anfang 50. ...eine Reichweite aufbauen. Genau da liegt für die Reclaimer ein Ausweg aus dem Gefühl, nicht gehört zu werden. Ja, guten Tag Herr Söder. Hier in meiner Schule hat wer gegendert, ein Schüler. Ich bräuchte einmal das Sondereinsatzkommando und mindestens zwei Panzer. Es ist relevant, dass wir eigentlich so wichtige und auch sehr ernste Themen mit Humor bearbeiten und auch dadurch näher zugänglich machen, damit uns Leute auch zuhören. Bei der MLPD mit Anfang 70. Nee, bei der MLPD heißt es scheißegal, wie alt dein Körper ist, solange der Geist noch jung und revolutionär ist. Das ist auf einer Plattform, die ja eigentlich nicht direkt politisch ist. Ich bin eine progressive Person, mir ist Gleichberechtigung wichtig, mir ist der Klimaschutz wichtig und ich bin auch selber Jüde und das heißt, ich habe nochmal den Aspekt heraus, dass ich selber weiß, auch in meiner Familiengeschichte, was Rechtsextremismus alles für Auswirkungen haben kann und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dagegen einzustehen und klar zu sagen, das hat eigentlich keinen Platz mehr in Deutschland, das hat in Europa keinen Platz mehr, und das hat auch auf der ganzen Welt keinen Platz mehr. Kampagne entsteht ja auch einfach dadurch, dass man sie macht und gerade hier ist einfach der wichtigste Schritt, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, zu schauen, was funktioniert und das immer weiter zu machen, weil sowas funktioniert einfach nur durch Konsistenz. TikTok ist ein Marathon. Die Klimabubble wird aktiviert und macht bei Reclaim TikTok mit, auch in Österreich. Ich habe angefangen, vor allem nachdem ich, wie wahrscheinlich viele die Episode von Böhmermann gesehen haben, und was mich immer wieder erschreckt, und auch gerade über die letzten Monate hinweg, wie normal es ist, dass man rechtsextrem in Österreich ist. Und da bin ich auf diesem Zug aufgesprungen und dachte mir, da muss ich auch was machen. Wenn man FPÖ sucht, dann ist dann... Ey, kann ich euch bald einen Ratschlag geben, schließt euch einfach der Roten Sonne an, ganz ehrlich. Müsst ihr auch gar nicht mehr so viel selber denken. Repostet einfach shit von mir. Ja, ich will rechts jetzt. Dario, ganz ruhig, du bist immer noch bei Papa Rote Sonny hier. Alles gut, die Welt ist immer noch in Ordnung. Ich coache die Brille. Kilo, du würdest ihm die Uhr abnehmen. Der wird schwer traumatisiert sein Haus vier Wochen nicht mehr verlassen. Kilo wird den begrüßen mit dem Satz, schöne Schuhe. Ich streamen von fünf unterschiedlichen, sechs unterschiedlichen Accounts. Die werden ja auch immer wieder in die Timeline gespielt. Wer von rechts außen, von den RechtsextremistInnen auf TikTok Content produziert, habe ich manchmal das Gefühl, die sind eher in der Boomer-Ebene zu verorten, weil der Content auch teilweise, ja, nicht in Gen Z passt. Die FPÖ ist so etwas wie die große Schwesternpartei der AfD. Doch in Österreich hat die FPÖ nicht nur auf TikTok die Nase vorne. Laut Umfragen liegt sie derzeit bei rund 27 Prozent auf dem ersten. Das ist crazy, dass in Österreich mehr Leute die Bierpartei wählen als die Kommunisten. Das ist fucking crazy. Das ist so am Arsch, Alter. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Die FPÖ hat sich schon früh ihre eigene Medienwelt gebaut. Von Facebook über YouTube bis hin zu FPÖ-TV. Verstärkt werden ihre Botschaften durch Webseiten, die rechtsextreme Inhalte und Verschwörungstheorien teilen. Die rechte Echokammer ist nach außen hin schallisoliert. Ist das Ziel der aktuellen Systemkampagne gegen Rechts ein Bürgerkrieg? Ihr Fachwissen teilt die FPÖ mit der jüngeren Schwester in Deutschland. Die FPÖ hat auch die AfD sehr hardcore beraten in den ersten Jahren. Wann Rote Sonne TV? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich Rote Sonne TV google, finde ich auf jeden Fall einen TikTok-Kanal, der so heißt. Rote Sonne TV auf TikTok. Gibt es bestimmt einen Kanal, der so heißt. Safe. Und wenn nicht, dann spätestens morgen. Das sind also sehr viele Parallelen beobachtbar. Aufbau des Newsrooms, eigene Formate, wie die aussehen sollten. Das ist alles eins zu eins Copy der FPÖ. Aufbau alternativer Mediennetzwerke und so weiter. Auf Austro TikTok schaut der Auftritt der Rechtspopulisten dem ihrer deutschen Nachbarn täuschend ähnlich. Manchmal sogar mit gleichen Kanalnamen. Hier wird auch ein vor 16 Jahren verstorbener FPÖ-Politiker wieder zum Leben erweckt. Mal eine ernsthafte Frage. Glaubst du, die Linke versinkt irgendwann in der kompletten Irrelevanz? Nee. Also es sei denn, die CIA tötet mich. Ich werde den Scheiß schon wuppen, Freunde. Keine Sorge. Ja, Kaida. Möglicherweise der Erfinder des modernen Rechtspopulismus. Seine Botschaften sind auch heute noch relatable. Politischer Markenkern eines jeden Rechtspopulisten. Simon Strick kennt sich mit rechten Gefühlen aus. So heißt auch sein Buch, das sich mit digitalem Faschismus auseinandersetzt. Jetzt übrigens TikTok-Idee, ne? Ihr müsst jetzt den Clip von mir nehmen, wie ich die Frage vorstelle und dann die Antwort gebe und dann sofort Sigma-Drop und einfach nur diese Sigma-Animation. Geiles TikTok. Banger. Zack. 100.000 Aufrufe. Easy. ...einandersetzt. Was sie halt machen, aus meiner Sicht, ist ein Gefühlsangebot. Bisschen Lenin drunter schneiden, ne? Geil. Und Migrationsbewegungen, multikulturelle Gesellschaft in den 90er Jahren, Political Correctness, das hat jetzt alles neue Namen. Genderdiktatur, Migrationslobby und so weiter. Sie bitten aber dazu an, dass du nicht nur dich genervt fühlen kannst von Leuten, die gendern oder blaue Haare haben oder was auch immer, die sich da vorstellen, sondern du kannst tatsächlich aktiv dagegen sein, weil du hast eine Verschwörung durchschaut. Du hast ein System begriffen. Und das ist eine Ermächtigung, die die Leute anbieten. Memes, Sprüche und Codes. Strick kennt den rechten Duktus auf Social Media und findet die Inhalte in den Reden der Rechtspopulisten wieder. Zum Beispiel dieser Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Das ist ein Meme. Und das Meme ist von 2019. Sie wollen uns die Schweinsachse, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an meinen Schnitzel. Das sind letztendlich algorithmisch gesteuerter Populismus. Ich werde sowas von Alice Weidel zum... Also ich werde in meiner ersten Übertragung als Roter Kaiser, werde ich Alice Weidel in Ketten auf der Bühne an den Tisch setzen und werde dann das Schnitzel wegnehmen. Im Staatsfernsehen. Halt die Inhalte diktiert, werden diktiert von Social Media. Und dann reden die einfach, was da halt so geredet wird. Kunstfigur. Eine Kunstfigur hier, künstlerischer Auftritt. Als Kunstfigur. Und da kommst du einfach mit normalem Faktencheck. Ist ja völlig Wurst irgendwie. Oder Gegenrede irgendwie aufrichtig. Wie wollen sie denn die Gesellschaft ändern? Völlig Quatsch. Schnitzel. Das Rezept funktioniert. International. Die Populisten in den USA sagen, great again. Take back control in Großbritannien. Grand Nation in Frankreich. Und in Deutschland ist es nicht so einfach, sich an eine alte Zeit zu orientieren. Ich würde auch sagen... Die Kunst gehört in den Louvre, meiner Meinung nach. Meine Meinung ist auch, dass ich in den Louvre gehöre. Und ich werde auch im Louvre landen. Nachhalb der AfD gibt es verschiedene gute alte Zeiten. Bei manchen ist es so die Nachkriegszeit, Konrad Adenauer. Bei anderen ist es so die gute alte DDR. Also Ost-Nostalgiker. Und bei schon recht vielen ist es das, was so ab 1933 war. Das heißt, dieses Rückwärtsgewandte ist ganz typisch. Und wenn junge Leute das Gefühl haben, dass es keine Orientierung gibt, dass sie nicht angesprochen werden, dass sie nicht teilhaben können und so weiter, dann kann es sein, dass so eine Rückwärtsgewandte... Mein Ziel ist es ja, ihr fragt mich ja immer so, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass so in zehn Jahren die Leute in Moskau realisieren, nachdem Putin gestürzt ist, die Ukraine in Frieden leben kann, dass die so in zehn Jahren realisieren, was in Deutschland passiert und dass die dann schon mal so eine Trage neben Lenin aufstellen, die sie warm halten. Dann heißt das so, in 40 Jahren kommt der Nächste hier. Der wird sich dann neben Vladimir legen. Perspektive aus ihrer Sicht dann attraktiv erscheint. Das kann sein. Also manchmal muss man sich die Geschichte der AfD ja mal wieder vor Augen fühlen. Gegründet von Bernd Lucke als eurokritische Partei, der dann rausgedrückt wurde von Frauke Petry, weil er nicht rechts genug war. Die dann wiederum rausgedrückt wurde von Jörg Meuthen, weil sie nicht rechts genug war. Und der dann wiederum rausgedrückt wurde von Tino Kruppat. Den Bart hast du ja schon. Ganz ehrlich, hätte ich lieber einen Stalin-Bart. Ich mag Stalin nicht, aber so ein Stalinschnörri wäre schon geiler. Aber mir wächst halt nur so eine Lenin-Funzel. Deswegen gebe ich mich damit ab. Haller und Alice Weidel war ja auch nicht rechts genug war. Also wenn die noch weiter nach rechts abbiegen, dann winkt irgendwann Goebbels von links. Leute, das müsste... Sollten wir Mao und Che als Maskottchen auch wieder rausholen? Mao spielt hier überhaupt keine Rolle. Also ich muss auch wirklich sagen, in meinem Auftritt hat bislang Mao relativ untergeordnete Rolle gespielt. Wie ihr euch angucken. Genau so macht man's. Hier sitzen die Faschisten. Die Frage ist eben, die AfD ist der politische Arm der Rechtsextremisten und der Faschisten. Ich bin Politiker und ich habe eben mit diesen Akteuren zu tun. Und deswegen ist natürlich mein Fokus erstmal auf den Akteuren, die im politischen Raum die neue Rechte vertreten. So, mir jetzt vorzuwerfen, hey, der redet nur über die AfD, wäre ein bisschen merkwürdig. Natürlich, wer soll sonst über die reden, ja? Welchen Wochentag haben wir heute? Jetzt einen Kalender zur Hand. Das wär's doch. Das ist unser Abschiebekalender. Die zwölf schönsten Abschiebeflugzeuge. Das ist doch bestimmt ein Fake, oder? Leider nein. Das ist echt. Das ist die AfD Baden-Württemberg. Ja, es schaukelt sich hoch. Es schaukelt sich hoch und es hat sich über die letzten Jahre hochgeschaukelt. Das merke ich selbst auch bei mir auch. Muss ich aber sagen, finde ich witzig, ne? Finde ich witzig. Alter, die zehn schönsten Abschiebemaschinen finde ich wirklich witzig. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Meinst du eigentlich, dass der katastrophale Auftritt der AfD bei der Europawahl dazu führt, dass Höcke als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl geht? O7. Wahrscheinlich hoffe ich nicht. Bitte. Kann man sich jetzt einscheißen? Oder aber wir machen es einfach besser und sagen, der neue Enteignungskalender. Die zwölf am dringlichsten zu enteignenden Gebäude auf diesem Planeten. Oder in Deutschland. Und dann machen wir einfach, keine Ahnung, verkaufen wir einen Kalender, wo das Rheinmetall-Gebäude zu sehen ist. Und dann unten so ein Enteignungstermin unten drunter in der Zukunft. Das wäre auch witzig. Oder die zehn schönsten und ausbauwürdigsten Gleise in Deutschland. Das könnte man auch machen. Die zehn schönsten Weidenflächen, wo man neue Windkraftanlagen bauen lassen kann. Also, ich habe vielleicht noch davor mal oder als Neuparlamentarier mal... Top-12-Sozialisten. Ja, ganz ehrlich, wer Stalin nicht unter den Top-3 hat, ist für mich ein Links-Liberaler. Ein Original-Tweet, den ich gelesen habe. Spaßig. War natürlich ein Spaß. Hat irgend so ein Amerikaner, hat so eine Liste gemacht. Top-10-Sozialisten. Und da war Stalin auf Platz vier. Und so ein Deutscher hat dann geregelt, hat untergeschrieben. Und ganz ehrlich, wer Stalin nicht in den Top-3 hat, ist für mich ein Links-Liberaler. Ich habe so laut gelacht, ey. Hemmungen gehabt, die Grünen als Öko-Terroristen zu bezeichnen. Oder war eigentlich nie in meinem Wortschatz. Aber wenn sie halt dann permanent verbringen würden, mal kurz als Nazi-Bischöfte... Weiter so. Dann steigern sie sich da natürlich rein und schaukelt sich das natürlich auf. Ja, Sir Taxi. Ja, das ist immer ein schmaler Grad zwischen komplett übertreiben. Ich habe es gefühlt, meine Meinung. Das habe ich mitbekommen. Ansonsten wäre der nämlich schon lange im Timeout. Aber Delta saß da, hatte den Finger auf Timeout und dachte sich, eigentlich fühle ich das. Eigentlich fühle ich das. Für die Partei wäre es wichtig, ihn jetzt zu timeouten. Aber ich als Privatperson... Es gibt Sachen, die denken wir, aber die schreiben wir nicht. Dankeschön, Grooveman. Das ist sehr richtig, ja. Mir ordnen wir ein bisschen einen Song, ne? Die Gedanken sind frei. Ich kann jetzt den Text nicht. Ich mache Leistungsdienst auf TikTok, sehr regelmäßig, fast jeden Tag. Gerade zum Thema AfD und versucht der Leute halt ein bisschen zu überzeugen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, was sie da wählen. Wir haben den letzten die Recherche vom BR, dass die AfD 100 Rechtsextremisten im Bundestag beauftragt. Er hat damit gerade, ich glaube, mit dem TikTok wird der eigenhändig den Rechtsdruck stoppen, Alter. Er wird mit diesem informativen TikTok, wird der eigenhändig den Faschismus bekämpfen. Und einstellt. Es sind teilweise Leute, die aus der AfD selbst rausgeflogen sind, weil sie zu antisemitisch, zu rassistisch etc. waren, aber dann über die Hintertür als Mitarbeiter eingestellt wurden und die werden von unseren Steuergeldern bezahlt. Ja, ich bin selbst davor auf TikTok aktiv gewesen und habe gemerkt, dass ich selbst vielleicht auch ein bisschen Opfer von zumindest teilweise Rechtspopulismus geworden bin. Es ist mir aufgefallen, wie groß dieser Abgrund eigentlich ist, den die AfD da vorlebt. Und habe mich dann dazu entschieden, ja, ich muss auch was dagegen unternehmen. Und spätestens seit der Potsdamer Konferenz war es dann für mich klar, okay, ich muss da auch was machen. Kannst du es trotzdem verantworten, Leute zu wählen, die den Holocaust leugnen, die absurde Pläne auch mit unserer Politik letztendlich vorhaben, vielleicht auch mit unserer Demokratie? Und ich weiß nicht, ob das einzige Argument, um das zu rechnen... Ey, am Ende des Tages hätte er ja auch ein Pixelwolf werden können. Das ist ja sehr vernünftige Arbeit, die er da macht. Er hätte ja auch sagen können, ich mache jetzt Mode. ...würdig möglich ist, okay, wir brauchen eine Rechte. Weil wir haben ja die CDU-CSU zum Beispiel. Das Problem ist, CDU-CSU ist auch wieder den Menschen zu sehr in der Mitte, zu sehr Mitte-Links. Das ist ja das Problem. Meine Themen sind Themen rund um die AfD. Manchmal sind sie auch sehr provokativ heraus. Der muss nur noch ein bisschen frustrierter werden, dann landet der sowieso hier. Safe, Poli, safe. Ich gebe dem noch zwei Wochen politische Arbeit auf TikTok und dann sitzt der eh hier. Dann sitzt der eh hier. Sagen wir, dass, wenn die AfD wählt, seid ihr keine Patrioten. Die AfD hasst Deutschland. Und dass man von Grund auf mal überhaupt klärt, welche... Ja, auf jeden Fall, also was man ihm auf jeden Fall lassen muss, er hat jetzt schon einen vernünftigen Straßenkampf-Harschnitt. Die Perlenkette, da müsste man noch dran arbeiten. Aber der hat auf jeden Fall schon mal einen richtig zünftigen Straßenkampf-Schnitt. Personen sind in der AfD und vielleicht dann aber auch direkt auf die Politik eingehen. Also, dass es jetzt in beiden Lagern Extreme gibt, das ist völlig klar. Es gibt keine Linksextremen im Bundestag. Es gibt kein Linksextremen im Bundestag. Also, ich kenne da so ein, zwei, ne? Die sind jetzt nicht offen Linksextreme, aber sagen wir mal so, ich würde jetzt schon sagen, wenn man mit denen dann privat spricht, dann merkt man, aha, ein Genosse. Im Fall im Bundestag aktuell. Ich habe meine Moderatoren, die haben auch die Möglichkeit... Ne, ist nicht Olaf Scholz, nein. Das ist nicht Olaf Scholz. Andere Leute zu stumm. Das sind keine Freunde von mir. Das sind Leute, die ich kennengelernt habe durch die Bubble, die regelmäßig bei mir zugucken. Die Bubble? Eine Online-Community, die es sich zur Mission gemacht hat, in Livestreams gegen rechts zu diskutieren. Einer von ihnen ist der Influencer Anthony, der online seine Recherche zur Verfügung stellt. Jetzt habe ich gerade aus Reflex, habe ich, passt auf, ich kann euch sagen, was mein Gehirn gemacht hat. Einer von ihnen ist... Jetzt habe ich aus Reflex, habe ich dieses Bild gesehen und weil ich ja selber sehe, wie ich unten rechts in der Ecke sitze, dachte ich, da ist doch ein TikTok von mir. Weil ich unten rechts einfach jetzt drin sitze. Versteht ihr? Da hat mein Gehirn kurz gedacht, da bin doch ich. Aber bin ich gar nicht. Ich bin im Livestream einfach oben drüber. Wahnsinn, was mein Gehirn so alles macht. Das ist der Influencer Anthony, der online seine Recherche zur Verfügung stellt. Anthonys Informationssammlung. Ein besserer Name wird noch gesucht. Klick auf den Link. Nenne ich einfach Rote Sonne TV. Stell deinen Dienst der Partei zur Verfügung. ...ein Profil und du findest eine Sammlung all meiner Notizen, die ich mir in den letzten Monaten in Diskussionen mit AfD-Fanboys und Girls gemacht habe. Ey, ohne Scheiß. So eine Dokumentsammlung, mega geil. Die heißt, also die Linken in unserem Twitch-Mikrokosmos, die haben nur Dokumentsammlungen über mich und Tama. Also über Sexarbeit. Das ist mit Sicherheit sinnvoller. Ihr werdet Links finden. Ihr werdet Grafiken finden. Und ihr werdet sogar Talking Points der AfD-Fanboys und... Was sind deine Dokumente so? Ja, ich hab Kuchen-TV-Videos gesehen und hab dann mit das-das-Fehlern mitgeschrieben, was der sowieso gesagt hat. ...und Girls finden, zu denen ich euch in kurzen Sätzen meine Antworten zusammengefasst habe. Wir haben uns alle darauf geeinigt, dass wir das jetzt unter dem... Diese ganzen toxischen Drecksmenschen. ...hashtag reclaim TikTok benennen, diese Leute, die das machen. Und das Ziel ist natürlich, immer noch Aufklärung zu betreiben. Aber es ist mittlerweile sehr, sehr mühsam. Weil wir wirklich diese Menschen haben, die halt alles ablehnen, was man ihnen vorgibt. Wieso muss man da unterscheiden? Einen Fall hatten wir dem letzten. Er war in der jungen Alternative und ist dort über seinen Freund reingekommen. Dann haben wir ihm erzählt, was das eigentlich bedeutet, in der jungen Alternative zu sein. Und danach hat er gesagt, okay, er entscheidet sich jetzt aus dieser jungen Alternative auszutreten. Weil er das einfach nicht mit sich selbst vereinbaren kann. Das ist ja schwierig, weil viele sich gar nicht mit der Politik befassen. 35 Punkte, der fuck. Schade, dass ich ihn hinten nicht verstehe. Es gibt ein Video, wo jemand unsere... Warte, wo ist denn das? Ich finde es jetzt nicht. Aber vielleicht werde ich... Irgendwann finde ich es dann mal. Da gibt es so einen Song, der mega witzig ist. Da wurde ich als Drecksmensch bezeichnet. Und dann wurde das immer so Dreck, 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 Dreck aneinander geschnitten. War mega funny. Wir fassen gerade bei dem Alternative. Wir hören sehr oft, okay, ich bin da über einen Freund reingekommen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl etc., das lockt dann natürlich die jungen Leute an. Am meisten... Von State zu Karl und dieses Jahr das erste Mal auf Demos dabei gewesen. Schade, dass du keinen Zwischenstopp bei Jörg Sprawe gemacht hast. Dann könnte ich dich direkt irgendwo einordnen. Aber da kriegen wir auch noch alles hin, mein Freund. Kriegen wir alles hin. Kein Problem. Ich hatte ihn erschrocken, dass er in einer gesichert rechtsextremistischen Organisation ist. Und dass er vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Drecksmensch ist aber auch ableistisch gegen Leute, die sich nicht allein waschen können. Da sagst du was, Alter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Video dazu gibt. Oder zumindest einen Twitter-Thread. Sichert rechtsextrem. Das heißt übrigens, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Verfassungsfeindlich. Gegen die Demokratie. Wer ist die neue Rechte? Welche Ideologien vermitteln sie? Und wohin kann das führen? Wir gehen rein ins Schwimmelhole. Fangen wir an bei der AfD-Partei-Jugend. Die junge Alternative rekrutiert... Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Diese ganzen toxischen Drecksmenschen. Dreck, Dreck, Dreck. Ihren Nachwuchs vor allem auf Social Media. Mit leicht zugänglichen Freizeitangeboten, wie sogenannten patriotischen Wanderungen. Oder auch mal einem Gaming-Event auf Discord. Die woke-Politik will nicht, dass du... Kilo, fass! Du dich an der Gemeinschaft zugehörig fühlst. Was sie wollen, ist, dass du dein Land hast. Man hijackt in Wirklichkeit Hobbys oder Gaming-Subkulturen, wo man schnell Teil von einer komplett neuen Welt wird. Also das Vokabular dieser Welt annimmt und die Insider-Scherze und Referenzen. Und das kann Menschen eine ganz neuartige Form von Gruppenzugehörigkeit geben. Wir unterschätzen in der Linken, wie heftig und wie wertvoll Gruppenzugehörigkeit ist. Die Real Talk, ne? Also ich merke das ja selber, wie das die letzten Wochen reinschallert. Alleine wie der Zusammenhalt hier einfach ein sehr viel stärkerer und größerer wird. Wie alles irgendwie auch in der Sache näher zusammenwächst. Und das ist einfach so ein mega geiles Gefühl, was komplett unterschätzt worden ist die letzten Jahre. Wir unterschätzen, wie wichtig es ist, neben vernünftigen Inhalten eben auch Dynamiken zu erschaffen und zu erzeugen. Um das? Naja, im vermeintlich freien Kommunikationsraum Internet sind auch abseits von TikTok rechte Subkulturen schon jahrzehntelang verankert. In rechtsextremen Meme-Accounts, Formen wie 4chan, Blogs mit Verschwörungsmythen, Trollen, frauenhassenden Subkulturen und anderen radikalen Communities aus zumeist jungen Männern. Diese funktionieren nach festen Regeln und mit Insider-Witzen und sind irgendwann auf die großen Plattformen gewandert. Da ist aus meiner Sicht die AfD dann eigentlich nur... Naja, es ist David Alt und geht immer früher offline, deswegen bin ich hier. Ey Homie, das ist all good, ne? Gib mir noch zwei Wochen, gib mir noch zwei Wochen und 45 Minuten am Abend und du sitzt hier in Stalintunika. Das ist wirklich... Ich brauche gar nicht, ich brauche nur junge Menschen, um sie zu formen. Ich bin wie ein Lehrer, ich bin wie ein Pädagoge. Gebt mir 45 Minuten am Abend und ich werde euch formen wie ein Rohdiamanten. Ein Parasit, die halt einfach dann diese jungen Leute... Aha, ich bin 36, na und? Alter spielt keine fucking Rolle. Ich war... Ich habe mit 34, ich habe mit 34 noch ernsthaft gedacht, dass Hammer und Sichel mit dem Hakenkreuz auf einem Level zu sehen ist, weil unter beiden Zeichen Verbrechen an der Menschheit begangen worden sind. Und das habe ich so gesagt mit einer tiefen Überzeugung, weil ich gedacht habe, dass dieser gesamte Kult um Symbolik immer was Gefährliches hat und dass man alleine wegen Stalin auf Hammer und Sichel verzichten muss oder auch wegen Mao und so. Bis man dann angefangen hat, sich so ein bisschen mit der gesamten Geschichte dahinter zu beschäftigen. Bis ich angefangen habe, auch mal abseits der westlich-akademischen Aufklärung zu gucken, was ist da jetzt wirklich passiert, wie ist es passiert, was haben derzeitige sozialistische Regime oder andere oder in der Vergangenheit stattfindende sozialistisch-kommunistische Regime so gemacht. Und warum haben wir da so eine unglaubliche Angst vor? Und dann hat es irgendwann Klick gemacht und dann begibst du dich einfach ins Material, liest das, verstehst es und dann erscheint alles irgendwie logischer. Es ist nie zu spät, sich zu ändern. Es ist wie mit Veganismus. So ist fucking wie Veganismus. Kannst du mir den Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus erklären? Das ist wahrscheinlich eher schwer in einem Satz, aber grundsätzlich ist Kommunismus... Kommunismus ist die klassenlose Gesellschaft, konsequent zu Ende gedachter Sozialismus. Das ist Kommunismus. Und Sozialismus sind alle Systeme bis hin zum Kommunismus. Also das können anarchistische Modelle sein, das können sozialistisch-demokratische Modelle sein mit parlamentarischen oder anderweitigen Demokratien. Das können aber auch totalitäre Regime sein, wie die Sowjetunion zum Beispiel. Das ist alles Sozialismus. Aber im Endeffekt bedeutet beides, dass das Privatvermögen, das Privateigentum abgeschafft wird und dass die gesamte Produktion und deren Mittel sowie die Ressourcen in öffentlicher Hand sind. Und mit öffentlich kann das dann entweder die Gemeinschaft sein, das können Räte sein, das können alle einzelnen Arbeiter und Arbeiterinnen sein. Das kann die Partei sein oder, oder, oder. Also einfach alles in öffentlicher Hand. Sozialismus ist die bessere Demokratie, weil Demokratie immer Mitbestimmung bedeutet. Und Mitbestimmung heißt Mitbesitz. Um zu partizipieren, muss ich besitzen. Um zu partizipieren, muss ich bestimmen. Und das kann ich nur im Sozialismus. Und der Kommunismus ist dann das Ziel eigentlich eines jeden Linken, der über das System blickt, ob du ein Anarchist bist oder ein Kommi oder wie auch immer man das nennen möchte. Der Kommunismus ist immer das Ziel, weil der Kommunismus die klassen- und herrschaftslose Gesellschaft ist, in der es dann auch keine Notwendigkeit mehr für den Staat oder sowas gäbe. Und das kann man tatsächlich nachvollziehen, dass Leute, die 2010 auf YouTube irgendwie rechten Polit-Talk gemacht haben oder einfach Rants oder so, die sind jetzt heute Social-Media-Experten bei der AfD. Die haben die gekauft. Dass sie mit sehr viel Geld... Hammer und sicher ist mehr als Stalin das Hakenkreuz geht. Nur mit Hitler abgesehen, davon hat der Hammer das Hakenkreuz zerschlagen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Das hätte ich besser nicht sagen können. Leute werben, dass Menschen da sehr viel Geld verdienen können, auch wenn sie für die AfD arbeiten. Dass natürlich auch Menschen, die als Aktivisten vielleicht bei der elitären Bewegung, bei der jungen Alternative sind, sollen natürlich Lebensunterhalt sehr gut finanzieren können und auf der Straße aber weiter natürlich rechten Aktionismus betreiben können. Also das ist quasi so eine Win-Win-Situation für die Menschen, die dort für die AfD arbeiten. Ich habe das jetzt mal angewandt eben als ein Musterbeispiel auf Maximilian Krah. Ich muss nur die Inhalte reinstellen und diese Videos finden von alleine ihr... Kannst du das nochmal als Fußball-Metapher erklären? Ist kein Problem, Alter. Ist kein Problem. Stell dir vor, du hast eine Mannschaft und deine Mannschaft ist die Gesellschaft. Dann ist der Kapitalismus, dass ein Konzern, Trainerstab und Mannschaft einstellt und sie für viel zu wenig Geld die Drecksarbeit für sie erledigen lässt. Also es ist ein Konzern, der sagt, ich brauche einen Trainerstab und ich brauche elf Spieler und den bezahle ich in Hungerlohn. Wartet kurz. Ich bin am gucken, Alter. So. Wer sind die Auswechslspieler? Du hältst die Klappe, Gaucho Panda, ansonsten banne ich dich auf dem Discord. Hier wird geguckt jetzt. Wir gucken mit Metaphern, Freunde. Nur wer in Fußball-Metaphern Dinge erklären kann, hat vollständig verstanden, worum es geht. Und ich habe vollständig verstanden, worum es geht, weil ich die fucking rote Sonne bin. Kapitalismus. Ein Konzern möchte Fußball spielen. Also stellt sie einen Trainerstab und elf Spieler ein und denen gibt sie einen Hungerslohn, damit sie die Scheiße machen und die Gewinne, die mit dem Fußballspiel erzeugt werden, steckt sich der Konzern in die eigene Tasche. Kapitalismus. Jetzt Sozialismus. Meine Form des Sozialismus ist. Die große rote Sonne sagt, wir brauchen Fußball. Also sagt sie den Leuten, du bist Trainer und du bist Spieler. Packt sie auf die Position und das, was am Ende dabei rauskommt, wird fair verteilt auf alle und ein bisschen mehr zu mir. Sozialismus. Kommunismus. Die Gesellschaft weiß, dass Fußball wichtig ist und spielt deswegen von alleine da, wo sie spielen wollen, trainiert da, wo sie trainieren wollen. Kein Grund, dass sie gesagt bekommen müssen, dass das notwendig ist und Gewinne gibt es nicht, weil wir nur noch für den Fußball spielen. Das ist Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus in einer Fußballmetapher. Hier in dem sogenannten Institut für Staatspolitik des rechtsextremen Verlegers Götz Kubitschek sollen junge Rechte-Eliten ausgebildet werden. Etwa bei Vorträgen über neue Technologien als Propagandamittel. Wir müssen, sei es Bitcoin, sei es Memes, sei es Telegram, immer die Besten... RadelTV, vielen herzlichen Dank für 10 Communities-Abgift. Wie gelangt man im Kommunismus an Eigentum, also Klamotten, Handy etc. Wahrscheinlich auf einem sehr ähnlichen Weg wie im Kapitalismus, nur halt, dass du keine 1000 Euro für ein iPhone bezahlst, sondern dass du ein Rote-Sonne-Phone bekommst, weil du eins brauchst. Ich sehe... ... Cutting-Edge-Technologien austesten, um einen Vorsprung zu haben. Wien. Ein paar Wochen nach Bekanntwerden des berüchtigten Potsdam-Treffens aus Rechtsextremen und Konservativen, bei denen Kubitscheks österreichischer Ziehsohn Martin Sellner ein Buch vorgestellt hat. Darin bedient er sich auch der bei Rechtsextremen sehr beliebten Verschwörungserzählung vom großen Austausch. Die Berichte über die in Potsdam diskutierten Vertreibungspläne bringen in diesen... Timur, vielen herzlichen Dank für die verdiente Bezahlung für diese ausgezeichnete Fußballmetapher. Mhm. Danke schön. In den Tagen, Millionen auf die Straßen. Sellner inszeniert sich als Dissident und hat zur Pressekonferenz eingeladen. Der Großteil von Sellners Social-Media-Accounts wurde die Plattform, also gesperrt. Auch auf TikTok. Das ist bezeichnend. Kannst du mir das jetzt nochmal mit einem großen und einem kleinen Mann als Beispiel erklären? Auch das kann ich ohne Probleme machen. No problemo. Kapitalismus. Der Konzern sieht, dass ein großer Mann Macht ausüben kann gegenüber einem kleinen Mann. Also zahlt er dem großen Mann Geld und zwar viel zu wenig, um den kleinen Mann zu prügeln und steckt sich dann das, was erraubt und erbeutet wird, in die eigene Tasche, nachdem er das Gehalt für den großen Mann getragen hat. Kapitalismus. Sozialismus. Die rote Sonne erkennt, dass Kilo Hippies abzocken kann. Also sagt die große rote Sonne dem Kilo, gehen wir ein paar Hippies zum Sozialismus treten. Also geht Kilo und tritt den kleinen Mann zum Sozialisten. Kommunismus. Der große und der kleine Mann haben beide begriffen, dass es unnötig ist, sich zu boxen und deswegen leben sie in Frieden und Harmonie miteinander. Welche Rolle spielt der Torwart in der Metapher? Gar keine, wie immer, Alter. Deckerchen. Ins Tor geht der Dicke. Vielen Dank, Rina, für fünf. Und Deckerchen, auch dir, vielen herzlichen Dank für fünf Community-Subgifts. Neurechten Netzwerke haben auch eine Methode, wo sie alles umkehren, also das Narrativ komplett umdrehen. What the fuck, wieso sollte der große Mann automatisch stärken als der kleine Mann? Es gibt auch genug starke kleine Männer, das hat nichts mit Körperkosten zu tun, dachte ich, wäre man inklusiv. Und schon wieder bin ich wütend geworden, weil ich nur den ersten Satz gelesen habe, bis ich dann aber nicht mehr den Fehler gemacht habe und geguckt habe, wer es geschrieben hat. Und ich habe gesehen, dass du es geschrieben hast und diesmal hat es mich zum Lachen gebracht. Herzlichen Dank. Und Rollen vertauschen, Begriffe wie Demokratie und Freiheit und Menschenrechte für sich behaupten und alle anderen. Und wo sind die Frauen? Ich persönlich nutze das generische Maskulinum. Wenn du in dieser Metapher keine Frauen gesehen hast, dann ist das dein eigener Sexismus. Außerhalb... Vielleicht mal drüber nachdenken. ...eine Eigengruppe als die Feinde der Demokratie oder der Menschenrechte darstellen. Zum Beispiel auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Gender Debugt, das neue große Werk von Alicia Jo. Jetzt live im ARD-Mix Talk. Das seit 60 Jahren Nazi-Verbrechen dokumentiert und Rechtsextreme beobachtet. Gut belegt ist zum Beispiel die enge Vernetzung von AfD, FPÖ und Identitären. Martin Sellner ist einer aus der obersten Kaderstruktur der europäischen neofaschistischen Bewegungen. Es sind mehrere Bewegungen, die es in den letzten Jahren geschafft haben, dass man diesen Nationalismus sozusagen überwölbt, quasi mit dem europäischen. Also Europa zuerst. Europa erwacht. Wir weigern uns aber, und ich besonders, das als neue Rechte zu bezeichnen. Weil es kostet uns nicht viel Mühe. Man braucht nur ein bisschen Kratzen an der Oberfläche. Dann kommt der alte Faschismus da hervor. Wenn jemand sagt, wir sind die letzte Generation, die den großen Austausch aufhalten kann, dann muss man damit rechnen, dass das wer glaubt. Und dann, wie der Attentäter von Neuseeland in sein Manifest, in sein Bekennerschreiben reinschreibt, wenn ich es nicht getan hätte, wenn ich nicht... Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel aufhalten kann. Und in dem Fall hoffe ich, dass das jemand glaubt. Nicht eben... Weil es wahr ist. Wenn die Menschen ermordet hätte, wäre ich schuldig geworden. Sie haben ja da überhaupt auch keine Einsicht gezeigt, sondern Herr Sellner hat auch gesagt, ich habe nichts damit zu tun. Was kann ich dafür, wenn wer das vom großen Austausch, wenn wer das wörtlich nimmt? Ja, sicher. Warum soll man es nicht wörtlich nehmen? Rechte Symbole, Teil 3. Und um es direkt vorwegzunehmen, ja, ich weiß, diese Flagge hier gab es schon lange vor den Nazis. Der Spruch ist Deutschland, den deutschen Ausländer... Ja, aber die Flagge wird ja auch nur benutzt, weil die Hakenkreuzflagge verboten ist. Bei der Benutzung der Reichsflagge geht es vielmehr um die Ablehnung der derzeitigen Demokratie, als um eine tatsächliche Flagge, die ernsthaft benutzt werden würde. Die nutzen halt nicht die Hakenkreuzflagge, weil sie verboten ist. Anders als wir, wir können die echte Flagge benutzen. Ha! Ne, auch in Deutschland ist die ja mittlerweile auch verboten. In Deutschland darfst du ja auch nicht mehr mit Hammer und Sichel raus. Naja, komm, lass es doch, ist auch scheiße. In Irland darf ich noch, aber in Irland dürfte ich auch ein Hakenkreuz aufhängen. Ne, war ein schlechtes Beispiel. Lassen wir das. In Irland kann ich Hammer und Sichel draußen hängen haben, ohne dass ich verprügelt werde. Bei Hakenkreuz ging das nicht. Die Rechten, das ist das rechte Programm. Und sie finden dafür neue Sachen, deutsche Kultur oder Deutschland... Hast du? Klar, Alter. Bei mir im Garten weht die rote Fahne. Das ist, ich habe zwei Flaggen im Garten, ich habe ja einen Fahnenmast im Garten, da hängt die rote Flagge und direkt unten drunter Animal Liberation Front. Direkt neben einer Weiden, Weidenrindwiese. Aber normal und Remigration. Aufmerksamkeitstechnisch ist es eine riesige Falle, in die die ganze Zeit gelaufen wird, weil man die Rechten hochredet. Und nicht die Leute, die was gegen rechts machen, die vielleicht was völlig anderes machen, die soziale Arbeit machen, die Gesellschaft anders funktionieren lassen als in einem großen Konkurrenzkampf und so. Hammer und Sichel Ich habe auch nicht Hammer und Sichel da, wir haben einfach eine rote Fahne. Aber meines Wissens nach ist Hammer und Sichel zumindest auf Protest am Tag der Befreiung Deutschlands verboten gewesen. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Aufgrund, also die Sowjetflage wurde verboten, die Sowjetfahne wurde verboten. Aufgrund der Tatsache, dass irgendeine deutsche Behörde sich gedacht hat, es wäre eine knorke Idee, das zu verbieten, weil man ja mit einer Sowjetfahne zu Russland stehen würde. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich zur Sowjetunion stehe, wenn ich die Sowjetunion am Tag der Befreiung zelebriere, dann zelebriere ich die Rote Armee. Dann zelebriere ich die Menschen und vor allem die 26 Millionen Opfer, die Europa und diesen Planeten vom Faschismus befreit haben. Und nicht Putin, den wahnsinnigen Verrückten, der die Ukraine auslöschen möchte. Hat mit dem derzeitigen Russland nichts zu tun. Gar nichts. Mit der Fahne der Sowjets feiere ich Lenin. Unter meinen Videos sind einfach immer mehr so Codes aufgetaucht. Gibt es in Irland Nazis? Ja, in Dublin gibt es einige, einige Nationalisten, Fremdenfeinde und Rassisten. Ich glaube hier, ich glaube Irland ist crazy, was das angeht, weil es so ein bisschen in meinem Gefühl so ein Vice-Versa ist zu dem, was in Deutschland passiert. In Deutschland hast du in Ballungsgebieten eher linke Strömung, also in Großstädten hast du eher linke Strömung und du hast im ländlichen Bereich eher die Rechten und Konservativen. In Irland genau umgedreht. In Irland hast du im ländlichen eher so die linken Leute und da ist dann so das Radikale davon, dass dann so die IAA, so IAA-Atzen hast du hier sehr, sehr viel. Also Anti-Imperialisten, die gegen sämtliche imperialistischen Strömungen sind aus einem Eigeninteresse, weil ihnen ihre Heimat von England genommen worden ist und immer noch genommen wird. Und in Großstädten, oder was heißt in Großstädten, in der einen Großstadt, in der einen Großstadt Dublin, alles komplett Rassisten verseucht. Crazy. Fucking crazy. Was ist da die Erklärung? Geschichte. Das ist einfach die Geschichte Irlands. Die Geschichte Irland. Ihr kennt das, also ihr wisst ja, dass England und Irland haben ja so eine ziemlich ereignisreiche Geschichte. Die Engländer haben hier sehr gewütet und das hat so ein bisschen Wut gegen Imperialismus und sonstige räuberische Systeme, unter anderem auch dem Kapitalismus als solches, geschürt. Also eine Kissenschlacht, hier gibt es so eine kleine Kissenschlacht zwischen England und Irland, ja. Erst solche, die ich jetzt auch kannte, wie 88 oder so, die ich mir auch selber erklären konnte, wie so diesen winkenden Emoji, dass das so diesen Hitlergruß ressemblen soll. Aber dann irgendwann kamen halt Worte und Emojis dazu, wo ich mir... Deswegen sind viele Irren auch konstant pro-Palestine. Irland ist gänzlich pro-Palestine. Also ich wohne ja im Westen, sehr ländlich und hier ist alles voller Palästina-Flaggen. Die sind ja sowieso, was Flaggen angeht, ist das auch sehr, sehr anders. Die haben einen sehr großen Nationalstolz, die Iren. Also hier hängen überall Irland-Flaggen und als Ukraine angegriffen worden ist, alles voller Ukraine-Flaggen und mittlerweile alles voller Palästina- und Ukraine-Flaggen. Wirklich alles voll davon. Überall. An jeder fucking... Meine Nachbarn. Die sind locker 70 Jahre alt. Palästina-Flagge im Garten. Ja, mega gut. Also ich persönlich kann mit Palästina-Flaggen nicht so viel anfangen, weil ich Nationalflaggen eher mau finde. Also nicht mau finde, sondern mau finde. Ich finde mau nicht mau, aber ich finde Nationalflaggen mau. Ich solidarisiere mich nicht mit Nationalflaggen, sondern mit den Menschen. Ich denke internationalistisch, sozialistisch. Und deswegen hängt auch die rote Fahne. Also ich bin überzeugter Träger der roten Fahne. Die rote Fahne, die für einen internationalen Kommunismus steht. Und habe keine Palästina-Flagge. Aber ansonsten ist hier alles voller Palästina-Flaggen. Und das kann ich auch nicht kritisieren. Ich dachte, irgendwie passt das gerade gar nicht. Und schon wird man konfrontiert mit diesen Codes. Neverlust your smile ist ein kitschiges Wandtattoo und ein rechter Code. Zu sehen in dieser Art von Profilbildern hier. Aber auch in Kommentaren unter meinen Videos, wo ich eigentlich immer versuche, den Satz so schnell wie möglich zu löschen. Denn es geht bei diesem Lächeln um dieses hier. Also ist es eher, verliere niemals dein Lächeln und höre nie auf, die Mission des Führers fortzuführen. Dieses so zufällig irgendwo aufploppen. Linke Flaggen sind aber auch rein optisch einfach etwas geiler. Naja klar, deswegen nicht umsonst hat Hitler ja die Hakenkreuzflagge genommen. Die Hakenkreuzflagge ist ja nichts anderes als ein Copy-Paste. Copy-Paste der KPD. Die Symbolwirkung der roten Fahne trägt eine gewaltige Macht in sich. Also eine reine rote Fahne. Sehr viel Energie. Das ist eine sehr mächtige Waffe. Die rote Fahne. Zwischen ganz anders gestalteten Themen. Das ist einfach ein riesengroßer Vorteil. Und ich glaube, so merken viele Menschen, dass sie sich schon für das Thema interessieren, wenn das eben aber in ihrem Tempo stattfindet. Originalaufnahmen der letzten Kriegstage in Leipzig, als US-Truppen die Stadt von den Nazis befreiten. Oder dieses Foto hier von jüdischen Geschäftsmännern, die durch die Leipziger Innenstadt getrieben wurden. Das alles findet man in der Sammlung des United States Holocaust Memorial Museums. Aber wie war das eigentlich mit den Nazis vor deiner Haustüre? Ich zeig dir heute, wie du das in dem Archiv herausfinden kannst. Ich komme eigentlich aus Oberbayern und im Nachbarlandkreis, auch nur so 20 Kilometer von meinem Elternhaus und auch von meiner damaligen Schule entfernt, gab es eines der größten Außenlager des KZ Dachau, das KZ-Außenlager Mülldauer-Verhardt. Und habe dann angefangen, mal darüber zu recherchieren und dann ganz schnell entdeckt, wow, es ist krass, wie viel man findet, freizugängig für alle, gerade in so Online-Archiven, also Originaldokumente aus dem Lager, wo dann über diese Verbrechen gesprochen wird. Und ich glaube, für mich war es einfach so ein Aha-Moment, diesen Ortsnamen Mühldorf auf diesen Dokumenten zu lesen. Und ich wollte das dann ganz gerne teilen. Der sogenannte... HiberastroTV. Ja, natürlich hat das auch ein bisschen was mit AstroTV zu tun. Aber ich glaube, dass wir uns lösen müssen von diesem individualistischen Gedanken, dass Gruppen- und Massenbewegungen grundsätzlich abzulehnen sind. Wir haben nur eins, was wir gegen das System stellen können und das sind wir. Wir haben nicht das Kapital. Wir werden niemals den Besitz haben, aber wir haben uns. Wir haben Massen. Das ist unsere Macht. Das ist unsere Gewalt. Und die muss irgendwie mobilisiert werden. Und das geschieht eben auch viel unter und mit Symbolik. Der sogenannte Bunkerbogen am ehemaligen KZ-Außenlager Müller-Fahrhard. Einem der größten Außenlager des KZ Dachau. So sieht es heute aus und so sah es damals aus. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Am Anfang hat mich am meisten angetrieben, einfach selber mehr erfahren zu wollen. Einfach zu wissen, ich habe jetzt so ein Outlet für das, was ich selber lerne. Und jetzt mittlerweile ist natürlich die Reichweite auch eine große Motivation, weil man schon, wenn ich irgendwas recherchiere oder lese und ich denke mir, wow, das hat mich jetzt gerade irgendwie bewegt oder interessiert oder schockiert, dass man dann weiß, vielleicht kann ich bei meinen Zuschauern ein ähnliches Gefühl hervorrufen und bei denen irgendeinen Prozess anstoßen. Dass die dann anfangen, über das Thema nachzudenken und vielleicht dann, das wäre mein größter Wunsch, auch selber aktiv werden und selber recherchieren. Aber warum haben die Nazis das eigentlich alles so genau dokumentiert? Junge Menschen sind mega interessiert an dem Thema Naziverbrechen. Die wissen nicht sehr viel, aber das ist auch nicht schlimm. Ich finde es eher bewundernswert, dass viele auch sich trauen, vermeintlich dumme Fragen zu stellen in den Kommentaren. Ich bin keine Historikerin, ich habe auch kein so breites Wissen über die Zeit. Ich weiß aber einfach, wo ich nachschauen und recherchieren kann. Mittlerweile füttert das eigentlich meinen Redaktionsplan sehr, was Menschen für Fragen stellen und mir für Tipps geben. Wenn das so harte Kommentare sind, die entweder Verschwörungsmythen enthalten oder eben den Holocaust verharmlosen Leugnen, dann natürlich die meistens selber die Kommentare. Wie siehst du den Kommunismus in Kuba mit Fidel Castro und Che Guevara? Erstrebenswert. Sehr, 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 sehr erstrebenswert. Kuba ist eines der besten Beispiele für sozialistische Bewegungen, die erfolgreich gewesen sind. Denn sie sind erfolgreich gewesen trotz der USA. Und das ist etwas, das eigentlich eine relativ unike zeitliche, also das ist ein sehr unikes geschichtliches Ereignis. Ihr dürft ja nicht vergessen, wenn man den Sozialismus mit Kommunismus vergleicht, wenn man vergleichen möchte, welche sozialistischen, das ist ja so immer die erste Frage, die man bekommt. Kein sozialistischer Staat hat jemals funktioniert. Das sind alles Failed States, die haben nie funktioniert. Das ist ein Schwachsinn, stimmt ja gar nicht. Alle sozialistischen, alle sozialistischen Staaten haben funktioniert, aber nicht für die herrschende Klasse. In sämtlichen sozialistischen Staaten ist die, ist der, ist der Lebensstandard der unteren Bevölkerung, der, der Beherrschten grundsätzlich besser gewesen. Und das, obgleich der Westen alles getan hat, um das zu unterdrücken und zu zerschlagen. Wenn der Kommunismus so harmlos ist, wenn der so schlecht ist, wenn der nicht funktionieren würde, warum sind dann sämtliche Bestrebungen der westlichen Kapitalisten einzig und ausschließlich, um alle kommunistischen Denker, Denkweisen und Bewegungen mit, mit übertriebener Waffengewalt zu zerschlagen? I don't fucking know. You tell me. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass die Länder, die wir vergleichen, ungerecht verglichen werden. Wir vergleichen dann die Lebensqualität der, der im Sozialismus lebenden Menschen mit der Lebensqualität eines Amerikaners in Florida. Das ist ja kein fairer Vergleich. Das sind kolonial belastete Länder, das sind, das sind wirtschaftlich abgehängte Länder, das sind unterdrückte Länder, zerschlagene, von Krieg, von Krieg gebumste Länder. Und deren Lebensstandard im Sozialismus, der besser gewesen ist, als er davor gewesen ist, direkt zu vergleichen mit der Lebensqualität eines, 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 eines Mittelklasse Amerikaners in, in Florida. Das ist doch Quatsch. Der Sozialismus funktioniert nicht. Nicht für die Leute, die vom Kapitalismus profitieren. Aber der Kapitalismus funktioniert für alle anderen. Hat Volker Pispas so schön gesagt, für die untere finanzielle Schicht in den USA wäre der Sozialismus der DDR der Himmel auf Erden. Absolut, 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 absolut. Das ist auch für mich ein Safe Space und ich will da nicht jeden Tag so eine Scheiße lesen müssen und deswegen lösche ich das. Das gilt übrigens nicht nur für die USA, das gilt auch für die unterste Schicht hier in Deutschland oder in Frankreich oder in jedem anderen Land. Und blockiere auch ganz viele Nutzerinnen. Also ich habe, glaube ich, tausende Menschen blockiert, einfach weil ich keine Lust habe, dass die... Einfach mal eins der guten Dinge, die China getan hat, in dem Birgit-Check erwähnen und schon was passiert. Die Sache mit China ist ja auch, wo ich, wo mir komplett an die Gurgel gegangen worden ist, als ich gesagt habe, dass die demokratische Partizipation der Bevölkerung in China größer ist, als sie hier in Deutschland ist. Komplette Explosion überall. Aber von denen, die sich darüber empören, so die kommen dann mit Eugurenlagern um die Ecke und sagen, das stimmt doch gar nicht, da gibt es nur eine Partei. Das hat aber nichts mit demokratischer Partizipierung zu tun. So, niemand stellt sich hin und sagt, die Lager mit Euguren sind irgendwas Gutes. So, das sind Verbrechen an der Menschheit. So, niemand behauptet, dass die chinesische Regierung in irgendeiner Form eine erstrebenswerte, perfekte sozialistische Gemeinschaft ist. Niemand sagt das. Fucking niemand. Dennoch ist rein objektiv betrachtet die demokratische Partizipierung der Bevölkerung in China größer und höher, als sie in Deutschland ist. Aber da ist man dann immer sehr selektiv. Da findet man im Westen immer sehr gute Ausreden dafür. Wie viel Prozent der Bevölkerung haben die SPD gewählt? Wie viele der Wähler und Wählerinnen haben bei der letzten Bundestagswahl gesagt, Olaf Scholz ist mein Bundeskanzler? Wie viele? Sagt es mir. Wie viel Prozent der Wähler und Wählerinnen? Schaut euch mal die Zustimmungswerte an für Olaf Scholz. Schaut euch mal die Zustimmungswerte an für die Ampelregierung. Schaut euch mal die Zustimmungswerte für sämtliche Regierungen in der Geschichte der BRD an. Und jetzt geht mal in sozialistische Staaten und schaut euch da die Zustimmungswerte an. Aber dann heißt es sofort, na das ist ja auch Staatspropaganda. Die sind ja indoktriniert. Na gut, die sind indoktriniert. Wir nicht, oder wie? Wenn meine Videos sich angucken, werden sie dazu nichts beizutragen haben. Es sind manchmal Nachrichten dabei, die... Sind die Zahlen denn richtig aus China? Ein weiteres, sehr gutes Beispiel für Red Scare-Propaganda. Zahlen aus sozialistischen Ländern immer erst anzweifeln. Immer wow, das stimmt aber so auch nicht, was da so gesagt wird. Aber wenn Amazon oder Google uns Zahlen gibt, dann sagen wir ja, ist in Ordnung. Stimmt alles. Was sollten die denn für ein Interesse haben, uns zu manipulieren? Hallo, das sind Profit-orientierte Konzerne. Die wollen uns doch nichts Böses. Hasta siempre. Hasta Victoria siempre. In eine sehr aggressive Richtung gehen. Ich hatte das, wo ich glaube ich am meisten zusammengezuckt bin, war, dass eine Person mir geschrieben hat, irgendwie... Whataboutism steht hier. Hat nichts mit Whataboutism zu tun. Das ist kein Whataboutism. Ein Whataboutism wäre, wenn ich versuchen würde, Dinge zu erklären, indem ich ablenke vom Thema. Das tue ich aber nicht. Ich sage nur, dass der Status Quo derer ist, dass wir so gehirnzerfressen sind, was das angeht, dass wir sämtlichen Zahlen, die aus unseren Demokratien kommen, sofort Glauben schenken. Dass wir sofort sagen, na klar, da ist alles, also da geht alles mit rechten Dingen zu. Und weil die gleichen Leute, die uns die Zahlen geben, sagen, dass alles aus kommunistischen Staaten oder sozialistischen Regimen falsch ist, glauben wir das gleich weg. Und es wird alles... Wusstest du, dass die Zahlen... von den Todesopfern, die der Kommunismus hervorgebracht hat, dass die toten SS-Soldaten beinhalten? Dass wir toten SS-Soldaten hinterherholen? Und Wehrmachtssoldaten? Nee, wusstest du nicht? Das liegt daran, weil immer noch, weil immer noch im Jahr 2024 immer noch Zahlen verwendet werden, wenn man gegen den Kommunismus argumentiert, die zusammengetragen worden sind im schwarzen Buch des Kommunismus. Das kannst du kaufen, das Buch. Du kannst das Buch kaufen, du kannst es lesen. Ich habe das gemacht. Und dann guck dir die Zahlen an, die dort gegeben werden. Und dann überleg, ob das alles so richtig ist. Und warum werden die immer noch benutzt? Du linke F***er. Es ist gut, dass ich weiß, dass du in einer K***straße wohnst. Und das ist so ungefähr die Richtung, wo ich wohne. Und da musste ich kurz zusammenzucken. Also sollten wir Zahlen aus der westlichen Wissenschaft auch... Wer sagt denn was von westlicher Wissenschaft? Ich habe von Google und Amazon gesprochen, nicht von der westlichen Wissenschaft. Es sei denn, du bezeichnest Amazon und Google als die westliche Wissenschaft. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir da einfach unterschiedliche Ansätze. Warum ist Kuba eigentlich momentan wirtschaftlich am Arsch? Frag das mal Amerika. Frag das mal Joe Biden, warum Kuba wirtschaftlich am Arsch ist. Aber es macht mir keine Angst. Okay, dann nicht Whataboutism, sondern Strohmann. Es hat niemand gesagt, dass wir den Firmen glauben. Bruder, du kannst doch nicht allen Ernstes einfach hier so eine fucking Logical Fallacy-Tabelle runtergehen und dann auch Whataboutism und Strohmann als ersten beiden und einzigen Dinge nutzen. Das kannst du doch bei irgendwelchen Idioten machen, aber doch nicht bei mir. Das wäre naiv, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Menschen im Internet sehr viel stärker sind als im echten Leben. Dennoch glaube ich niemals den Zahlen eines Staates ohne Kontrolleorgan. Ah, okay, Vaminios. Wie sieht denn das dann auch mit den Polizeistatistiken aus? Aus Deutschland. Glaubst du denen? Was ist mit den Zahlen von der... Okay, die Polizei soll ich ficken. Gut, dann gehen wir in die höchste Instanz. Wie sieht denn das mit den Zahlen aus, die die EZB gibt? Europäische Zentralbank. So die tragende Säule unserer wirtschaftlichen... Ja, unserer Wirtschaftlichkeit, kann man schon fast sagen. Wie sieht denn das mit den Zahlen aus? Weil wenn du das an Kontrollorganen koppelst, dann wird es sehr, sehr schwer. Überall. Und dieses Kontrollorgan... Also Kontrollorgane sind toll. Aber in meinen Augen sind die einzig verwertbaren Kontrollorgane NGOs. Also ich brauche, damit ich persönlich sage, okay, dem Kontrollorgan, dem vertraue ich, dann muss das eine Non-Profit, Non-Governmental Organisation sein. Und solange die Kontrollorgane im Kapitalismus von ihrer Kontrolltätigkeit profitieren, haben sie kein Interesse daran, das derzeitige System in Frage zu stellen. Das ist... Warum begegnest du denn nicht den chinesischen Zahlen mit der gleichen... Tue ich, tue ich. Ich glaube China fucking kein Wort. Überhaupt kein einziges. Also ich glaube denen überhaupt kein einziges Wort. Und dafür gibt es ja auch genug Ansätze und genug Gründe, denen kein Wort zu glauben. Aber ich glaube keiner Regierung irgendein Scheißwort. Keiner kapitalistischen Regierung glaube ich ein einziges Wort. Ob das jetzt ein chinesischer Staatskapitalismus ist oder ob das irgendeine westlich-kapitalistische Demokratie ist. Die haben alle ein einziges Interesse und das ist Systemerhalt. Erhalt des Status Quo. Und wenn Herrschende den Status Quo erhalten wollen, dann haben sie kein Interesse daran, die Unterdrückten irgendwie zu befreien. Diese Ausstellung hat gereicht, um mir den Tod zu wünschen, meiner Familie den Tod zu wünschen, mir zu sagen, dass wir alle an die Wand gestellt gehören, verbrannt, erhängt, meine Schwester verbrannt und 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 und. Und ich frage mich, an welcher Stelle wir als Gesellschaft, wir als Mitmenschen zueinander, so auseinander und konträr gedriftet sind, dass man jemandem so etwas wünschen kann. Hass im Netz hat in den letzten Jahren zugenommen. Fast jede Person wurde schon einmal online beleidigt. Aggressive Kommentare auf Social Media richten... Wie funktioniert demokratische Mitbestimmung mit einem Ein-Parteien-System? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil da muss man ja drüber nachdenken. Also da müsste man sich überlegen, über was können wir mitbestimmen. Und da halte ich unser derzeitiges Demokratieverständnis für absolut verdrossen. Und da müsste ich jetzt mal ganz kurz in meine Wunschdemokratie gehen. Ich müsste mir angucken, über was will ich denn eigentlich bestimmen? Und ganz ehrlich, wenn dein Mitbestimmungswunsch bei der Wahl der Partei endet, dann haben wir unterschiedliche Definitionen oder ein unterschiedliches Verständnis oder ein unterschiedliches Interesse an Mitbestimmung. Ich will nicht mitbestimmen, wen ich wähle. Ich will mitbestimmen, was gemacht wird. Ich will partizipieren. Und das geht auch, wenn man sich auf den Sozialismus einigt. Ja, wenn wir uns darauf einigen, dass das Eigentum abgeschafft gehört, dass alles in öffentliche Hand gehört, dann geht Mitbestimmung auch in ein Parteienregime. Weil dann nicht darüber bestimmt wird, was gewählt wird oder welche Partei regiert, sondern es wird darüber abgestimmt, was gemacht wird. Richten sich am häufigsten gegen Politikerinnen und Politiker. Shitstorm, Bedrohung, Beleidigung sind eigentlich vorprogrammiert. Also das überrascht überhaupt niemanden mehr. Das ist ja auch das, was ich an der derzeitigen deutschen Demokratie so unglaublich ernüchternd finde. Es ist egal, welche Partei ich wähle. Ich wähle ein neoliberales System. Und ich weiß, aufgrund meines Verständnisses vom Neoliberalismus, dass ich im Neoliberalismus nichts verändern kann. Nichts maßgeblich verändern kann. Alles, was wir irgendwie mitbestimmen können, ist so ein kleines Schräubchen. Das kleine Schräubchen der sozialen Gerechtigkeit. Wir können darüber abstimmen, ob wir vielleicht 12 Euro Mindestlohn bekommen oder 13. Sind 14 vielleicht möglich? Naja, 14 sind möglich, wenn wir eine gute Koalition bekommen. Und dann heißt es taktisch wählen. Welche Partei müssen wir taktisch wählen, damit eine Koalition zustande kommt, die uns vielleicht 13 Euro Mindestlohn geben könnte. Und das sind alles so reformistische Ansätze, die das Leben erträglicher machen. Aber ich will das Leben nicht erträglicher machen. Ich will es gut machen für alle. Das sollte unsere Bestrebung sein. Warum nach Erträglichkeit greifen, wenn wir gut haben können? Warum für Erträglichkeit kämpfen, wenn uns gut zusteht? Und das ist einfach so eine... Und dann denke ich mir, Ich bin jetzt in einer Position, wo ich gut lebe und wo ich Interesse daran hätte, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich habe ein großes Interesse daran, dass es genau so bleibt, wie es ist. Wenn es alles so bleibt, wie es ist, kann ich mir die Taschen voll machen und lebe wie Krösus in Irland. Aber das kann ja nicht mein Ziel sein. Mein Ziel ist ja der Erhalt. Der Erhalt unserer Spezies auf diesem Planeten und ein gutes Leben für alle Menschen. Weil mein eigener Wohlstand keine Bedeutung hat, wenn Menschen verhungern. Mein eigener Wohlstand hat keine Bedeutung, wenn Menschen ihre verfickten Rechnungen nicht bezahlen können. Mein eigener Wohlstand hat keine Bedeutung, wenn Leute wegen Schwarzwaren in den Knast landen. Das hat nichts mit Wohlstand zu tun. Mein eigener Wohlstand hat dann keinen Wert. Und das hat was mit Privilegien zu tun. Die Privilegien kennen heißt nicht, dass euch klar ist, dass ihr ein Mann seid. Privilegien kennen bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass die eigenen Rechte, dass die eigenen Möglichkeiten nichts wert sind, wenn anderen diese Möglichkeiten verwehrt werden. Und deswegen ist Chancengleichheit auch so ein unglaublich mies, mieses Ziel. So, ich habe keinen Bock auf Chancengleichheit. Verpiss dich mit Chancengleichheit. Ich will nicht, dass alle die gleiche Chance haben auf ein gutes Leben. Ich will, dass alle Menschen ein gutes Leben haben. Und soll ich euch was sagen? Die Möglichkeiten dafür haben wir. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Kapazitäten, wir haben das Potenzial. Wir haben alles, was wir benötigen, um das, was wir derzeit haben, so zu verteilen, dass alle gut leben. Das ist das Ziel. Warum lebst du in Irland? Weil die kein Abkommen mit der CIA haben. Keine NATO-Stützpunkte hier in Irland. Das gehört sogar dazu, eigentlich sind wir an einem Punkt angekommen, wo man sagt, das ist normal. Und dann wird sozusagen nur noch abgestuft. Sind das Morddrohungen? Sind das konkrete Geschichten, die man beispielsweise dem LKA meldet oder sowas in der Art? Wir zeigen... Neoliberale würden sagen, bei Chancengleichheit muss halt jeder was für ein gutes Leben tun. Absolut. Und ich sage, nicht jeder kann etwas für ein gutes Leben tun. Weil wir eben Menschen haben, die marginalisiert sind, die mehrfach marginalisiert sind. Und deswegen ist der Klassenkampf auch der intersektionalste Kampf, den wir haben. So, es ist scheißegal, wer du bist, welche Dinge dir ins Leben gegeben werden. Du hast das Recht auf ein gutes Leben. Du hast das Recht, in Würde leben zu dürfen. Und dafür musst du nichts tun. Mir regelmäßig, ähm, Leute an. Die Organisation HateAid unterstützt Betroffene. Sie fordern in einer Petition schärfere Gesetze gegen Hass im Netz. Denn Hasskampagnen... Und das, glaube ich, das weckt in Leuten, weil da gibt es ja dann Leute, die sagen, ja gut, aber wenn jeder, wenn keiner was dafür tun muss, dann wird auch keiner was dafür tun. Doch, weil der selbst, weil der Erhalt des Wohlstandes dann ein erstrebenswertes Ziel für alle ist. Wohlstandserhalt ist immer das Ziel des Systems. Es geht also um den Kernbegriff des Wohlstandes. Wenn du also... Schauen wir uns den Wohlstandsbegriff mal an, den wir haben. Unser Wohlstandsbegriff, der ruht auf Firmenprofit. Klimakatastrophen sind gut für den Wohlstand. Klimakatastrophen sind gut für unseren Wohlstand. Hört sich bescheuert an? Ich will es kurz erklären. Wohlstand bedeutet, wenn mehr Umsatz gemacht wurde, als im Jahr davor. Wir denken in Geschäftsjahren. Also, wenn etwas zerstört wird und ich es privat wieder aufbauen kann, kann ich dann Profit abschöpfen und ich werde wohlständiger. Krieg. Ist gut für den Wohlstand. Er sagt ja immer, Lenin sagte, der Imperialismus ist die höchste Form des Kapitalismus. Das ist konsequent zu Ende gedacht. Eine Wahrheit, die Binsenwahrheit sein sollte. Ja, also, Krieg sorgt für Firmengewinn, bei Rheinmetall, das sorgt für wirtschaftliches Wachstum. Das ist Wohlstand. Bro, wer denkt so? Google mal Wohlstand, Trebor. Schau dir mal an, was das Bundeszentrum für politische Bildung über Wohlstand sagt. Guck mal, was Robert Habeck meint, wenn er sagt, wir müssen unseren Wohlstand schützen. Unser Wohlstand, unsere Einheit, unsere Messeinheit für Wohlstand ist Bruttoinlandsprodukt. Das ist unsere Messeinheit für Wohlstand. Und der Erhalt dieses Wohlstandes, Ziel des Systems, also die herrschende Klasse, die Besitzer, die Eigentümer, die Kapitalisten, Bourgeoisie, nennt es wie ihr wollt, die verteidigen ihre Gewinne. Die verteidigen ihren Wohlstand. Und sie haben es geschafft, dass wir mit ihnen für diesen Wohlstand kämpfen. Wir kämpfen für den Bentley unserer Firmenbesitzer. Und ich glaube, in einem sozialistischen System, bei einer Umdichtung und Neuinterpretation, bei einer tatsächlichen Wohlstandsdefinition, die allen Menschen nützen würde, würden alle Menschen für den Erhalt dieses Wohlstandes kämpfen. Würdest du trotzdem zustimmen, dass der Arbeiterinnenkampf diese Probleme trotzdem nicht alleine löst? Würde ich nicht zustimmen. Ich würde sagen, dass wir im konsequent zu Ende gedachten Sozialismus im Jahr 2024 der Wunschvorstellung der Demokratie sehr nahe kommen würden. Oder mit ein bisschen Nachdruck zumindest das Problem lösen würden. Denn in der Demokratie, also warum ist Demokratie so gut? Demokratie ist so gut, weil sie in der Theorie dafür sorgt, dass es Mehrheiten so gut geht, dass sie sich für Minderheiten einsetzen. Das ist so die Grundannahme. Das ist so das utopische Denken hinter der Demokratie. Und ich glaube, das wäre im Sozialismus möglich. Dass wir im Sozialismus dafür sorgen würden, dass die Befreiung des Einzelnen gleichzeitig zur Befreiung aller führen würde. Endlich zu Hause von meinem 72 Stunden Arbeitstag. Ich begehe massivsten Arbeitszeitbetrug. Ich halte den Klassenkampf für den einzig relevanten Kampf. Alle anderen Kämpfe führen zu einer systemischen Verbesserung. Alle anderen Kämpfe führen zu einem Drehen an der Stellschraube. Und der wird langfristig keine Verbesserung hervorführen. Deswegen ist auch der Klassenkampf der einzige Kampf, der nicht vom Kapitalismus monetarisiert wird. Zumindest nicht in dem Ausmaß wie alle anderen Kämpfe. Feminismus kannst du verkaufen. Queerrechte kannst du verkaufen. Alles kannst du irgendwie verkaufen. Klassenkampf kannst du nicht verkaufen. Klassenkampf haben die Leute Angst vor. Und deswegen ist genau dieser Kampf der Kampf, den wir führen müssen. Rheinmetall wird niemals einen Wagen haben auf einer antikapitalistischen Demo. Keine Bundeswehr wegen am 1. Mai. Ich hatte noch irgendeine Frage, hatte ich noch. Würdest du einmal klar formulieren, wo das Recht auf Eigentum und Besitz anfängt und wo es endet und was davon man wie so abschaffen sollte? Hätte nur gerne fundiert genaue Argumentationen, um sie weiterzuverwenden. Ey, du musst nicht erklären. Du kannst sehr gerne alle Fragen stellen, egal wie dumm sie sind. Besitz ist alles, was in deinen eigenen vier Wänden passiert. Um es mal ganz dumm zu sagen. Deine Tasse, deine Zahnbürste, dein Computer, dein Fernseher, dein Netflix-Abo, dein Fußnagel-Klipser, dein Auto, all das ist dein Besitz. Das will dir niemand wegnehmen. Eigentum, das was es zu enteignen gilt, sind Produktionsmittel. Alles um die Dinge, die du besitzt, herzustellen. Das gehört den Leuten weggenommen. Weil das gehört in unsere Hand. Wir haben die Hände, wir stellen her, wir müssen besitzen. Wir müssen entscheiden. Werden akribisch geplant und durchgeführt. Es gibt Telegram-Channels, es gibt ähm... Macht es deiner Meinung nach Sinn, der Linken beizutreten? Ja. Mein vierter Nachtdienst und trotzdem hier. Alles für die rote Sonne. 39 Monate. Absolut. Sehr genaue Anleitung, wie man sich quasi Fake-Accounts erstellt und was man dann sagen darf und was... Ich würde gerne noch meinen Mod-Kommentar kennen. Dein Mod-Kommentar ist Einschiss Global Elite Level. Aber das darfst du uns auch nicht übel nehmen. Also das ist nur mal diese... Also aber ey, no hard feelings, bro. No hard feelings, bro. Ich mag dich. Ich mochte dich immer noch. Ich mag dich auch immer noch. Was nicht, was gerade noch so im Graubereich ist. Was wir auch beobachten, gerade so aus dem rechten Spektrum, dass ein Shitstorm sozusagen entsteht und ein paar Tage später auf einem rechten Block oder sowas darauf aufmerksam gemacht wird und das dann in der Regel einfach nur mal so einen zweiten oder sogar höheren Peak gibt. Auch Maggie hat schon einen Shitstorm erlebt. Zwei Wochen nach ihrem ersten Video unter dem Hashtag ReclaimedTikTok macht Identitärenkopf Martin Sellner via Telegram auf sie aufmerksam. In dem Fall hat er tatsächlich ein Video geteilt, ein YouTube-Video, in dem ein Clip von mir am Anfang war und dann ein rechter Blogger darüber redet, wie sie diese Kampagne übernehmen wollen. Und das war plötzlich in diesem riesigen Telegram-Kanal. Und das war schon ein richtiger Schock, weil plötzlich ist es auch wirklich so, dass wir uns mit Gegenwind systematisch auseinandersetzen müssen und den Leuten, die bei uns posten. Der Basis-Demokratie-Schwanz. Ich bin ein großer Fan davon, allen Linken immer wieder neue Chancen zu geben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist jeder Linker willkommen. Ganz egal, wie sehr der mich in den letzten Jahren angepisst hat. Weil ich bin ganz ehrlich, würde ich auf mich selbst vor anderthalb Jahren treffen, würde ich mich selber einpissen. Der Karl von jetzt würde dem Karl vor anderthalb Jahren die Fresse polieren. Der Karl von jetzt würde dem Karl vor drei Jahren die Fresse polieren. Der Karl von anderthalb Jahren würde dem Karl vor drei Jahren die Fresse polieren. Es ist eine ständige Geschichte von sich selbst die Fresse polieren. Das ist progressives Denken. Das bedeutet Progressivität. Man entwickelt sich weiter. Und wir müssen allen Menschen den Raum zur Entwicklung geben. Mir ist das scheißegal. Mir geht es nicht darum, ob ihr mich leiden könnt oder nicht. Es geht darum, dass wir alle den gleichen Kampf fühlen. Wir alle führen den gleichen Scheißkampf. Ja, Sicherheitshinweise geben. Was müssen sie beachten, damit es keine Gefahr für sie wird. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, guckt, dass ihr nicht alleine mit der Scheiße seid. Guckt, dass ihr euch Freunde ans Telefon holt, dass ihr jemanden einladet, vorbeizukommen und dass ihr einfach dieses Scheiß nicht alleine durchmachen müsst. Weil honestly, das ist nicht angenehm. Und guckt, dass ihr nicht so viel davon lest. Guckt, dass es vielleicht eine andere Person für euch macht und passt ein bisschen auf euch auf. Ich habe einige Undercover-Erfahrungen gemacht im Rahmen Grabenkampf an. Ich würde jederzeit wieder den gleichen Fehler machen, aber ich glaube, die Leute aus dem Grabenkampf sind derzeit damit beschäftigt, sich gegenseitig linke Macker zu nennen. Meine Recherchen für meine Bücher und andere. Ich finde euch trotzdem kacke. Kannst du dann meinen Account entbannen? Sind einmal wegen einem Streik in Florenz aneinander geraten. Und es ist echt nervig, immer den Account über das Handy zu wechseln, um dich zu schauen. Ja, dann schreib mal Delta deinen Account dann bitte das mal checken. Ich finde euch trotzdem kacke und wir werden einen schönen Platz für dich an dem Windrad finden. Keine Sorge. Ich bin auch bei der Identitären Bewegung dabei. Also bin rekrutiert worden von Martin Sellner und anderen Identitären. Ich habe natürlich immer wieder deswegen auch Hasskampagnen selbst abbekommen. Es kann extrem schwierig sein, damit umzugehen. Und da haben zum Teil ja sogar Menschen auch aufgehört, ihre Jobs weiter zu verfolgen oder sind zurückgetreten aus politischen Kampagnen. Es hat auf jeden Fall einen riesigen Einfluss auf die Meinungsfreiheit, was ja interessant ist, weil genau die Rechten oder die Neurechten Netzwerke mit dem Ach Karl, kannst du mal deine Entwicklung? Oh, meine Entwicklung ist schwer zusammenzufassen. Ich glaube, meine Entwicklung ist wütend, 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 wütend. Christian Lindner, wütend, wütend, lustig, wütend, lustig, vegan, verzweifelt, wütend, Kommunist. Das ist meine Entwicklung. Das sind 15 Jahre rote Sonne. War Christian Lindner das BWL-Studium. Nee, meine Christian Lindner Zeit war in der LCS. In der LCS war meine Christian Lindner Zeit. Da habe ich zum ersten Mal eine vierstellige Summe auf dem Konto gehabt und ich dachte, ich bin jetzt legit Elon Musk. Da dachte ich einfach, Junge, du hast es jetzt geschafft. Du hast jetzt Geld auf dem Konto und zwar mehr als 1000 Euro. Du bist jetzt fucking reich. Die Welt gehört dir. Argumente, Meinungsfreiheit, arbeiten. Da ist er wieder, der Hetze. Kriege ich jetzt geschrieben. Und dann werden so Sachen geschrieben wie eine Antifa, weniger Wald und so Zeug. So diese Direkt-Mordungen, dass jetzt mir jemand schreibt, ich finde dich und ich bring dich um. Das hatte ich noch nicht. Aber das ist dieses durch die Blume gesagt, okay, sei vorsichtig. Wir wissen, dass du existierst. Ich frage mich auch, wo ist die Grenze zwischen Populismus und Indoktrination? Weil ich habe ganz oft Leute, die die Quellen, die nicht ins eigene Narrativ passen, grundlegend ablehnen. Da ist es dann egal, ob das der öffentliche Rundfunk ist, der da angegriffen wird, ob das private Sender sind. Ich habe eine Frage, Kai. Wie steht es denn mit der Partnerwahl im Kommunismus aus? Dir wird auf jeden Fall eine Partnerin dann zugeteilt, na klar. Also in meinem Kommunismus wird jedem Menschen ein anderer Mensch zugeteilt, damit wir dann einen optimalen Arbeiter erzeugen können. Was ist denn das für eine Frage, Alter? Was man darauf antworten soll? Schreibt einer zu mir, ich soll lernen, was Faschismus ist. Christoph, wenn du mehr weißt, warum kommst du nicht hoch? Ich lade dich jetzt ein und dann können wir gerne darüber diskutieren, was für dich Faschismus ist. Linke sind Faschisten. Das funktioniert nicht. Faschismus muss immer von rechts kommen. Linksfaschismus ist ein politischer Kampfbegriff von rechts, um den politischen Gegner zu delegitieren. Die Leute... Mehr oder minder. Also es kommt darauf an, wie du Faschismus für dich definierst. Ich glaube, der größte, der größte faschistische, der größte faschistische, das größte Merkmal des Faschismus für mich ist das Führertum und der Nationalismus. Und ich glaube, das ging auch sozialistisch. Also rein theoretisch ginge das, aber die Leute, die sagen Linksfaschisten, die wissen das nicht und die können das auch nicht erklären. Deswegen ist das auch Schwachsinn, also darüber zu sprechen. Das hat er schon recht. Linksfaschisten ist ein Kampfbegriff, weil niemand weiß, was das überhaupt bedeutet. Aber rein theoretisch wäre das in meinem Faschismusverständnis durchaus möglich. Leute verstehen, gerade bei Antifaschismus, auch nicht, dass man auch rechtskonservativ sein kann. Marxistische Faschismus-Definitionen immer beachten. Ja, sollte man immer beachten. Da sind noch ein paar andere, da sind noch ein paar andere Merkmale, neben Nationalismus oder Hypernationalismus und Führerkult entscheidend. Aber ich halte, ich halte auch, ich halte es immer für wichtig, dass sich Begriffe dynamisch weiterentwickeln, weil sich die Bewegungen ja auch dynamisch weiterentwickeln. Wenn wir sagen, Faschismus ist nur das, was Mussolini gemacht hat, dann liegen wir falsch, weil auch Hitler hat Dinge anders gemacht als Mussolini. Und Hitler war ja eindeutig ein Faschist. Wenn wir jetzt sagen, Faschismus ist immer nur das, was Hitler gemacht hat, dann sind wir in 2024 auch relativ weit hinten. Deswegen müssen wir anerkennen, dass sich faschistische Bewegungen genauso wie alle anderen Bewegungen mit der Zeit immer anpassen. Und bei Anpassungen ist es wichtig, und das gilt für sogenannte Neomaxisten, dass Anpassung niemals Grundwerteverrat bedeuten sollte. Es gibt Neomaxisten, die sehr systemisch denken, die an Veränderungen, sozialistische Veränderungen im System glauben und die als erstrebenswert uns Ziel bezeichnen. Das halte ich für falsch. Der Grundwertverrat darf nicht stattfinden. Wir dürfen unsere marxistischen Grundwerte nicht verraten. Wohingegen der Faschist als solches überhaupt keine Werte hat. Dem Faschist ist ja alles scheißegal. Der Faschist, der verrät ja seine Werte jeden Tag, weil er keine hat. Deswegen kann er sich sehr viel flexibler anpassen. Björn Höcke zum Beispiel ist ein Faschist. Er ist einfach ein Faschist. Es ist scheißegal, mit welcher Definition du um die Ecke kommst. Björn Höcke ist ein Faschist. Und heruntergebrochen für mich in der Analyse sind da so die beiden Kernmerkmale, die für mich am entscheidendsten sind. Der Hypernationalismus, man könnte es auch Rassismus nennen, und der Führerkult. Die Würde des Menschen ist unantastbar, jeder Mensch ist gleich. Das ist ja eine klare Botschaft gegen Faschismus. Und dass sie eigentlich schon Antifaschisten sind, wenn sie hinter dem Grundgesetz stehen. Ist Progressivität im Sozialismus nicht kontraproduktiv? Da würde mich deine Antwort interessieren. Ganz und gar nicht. Sozialismus ist Progressivität. 75 Jahre Grundgesetz. Doch die Feierlaune hält sich in Grenzen. Die Öffentlichkeit ist nicht nur polarisiert, sondern auch fragmentiert. Was dabei immer mehr abhanden kommt? Der Zusammenhalt. Gibt es wissenschaftliche Quellen, mit denen man für das Funktionieren des Kommunismus argumentieren kann? Das ist ja auch eine schwierige Frage, weil was meinst du denn mit dem Funktionieren des Kommunismus? Was heißt denn für dich, dass etwas funktioniert? Ich denke immer, wenn es darum geht, sich so ein Grundwissen anzueignen, so ein theoretisches oder ganz auch wissenschaftliches Grundwissen anzueignen, dann halte ich so das marxistische Quartett für sehr lesbar. Also kommunistische Manifest, so als die Auftragsarbeit der Auftragsarbeiten, dann Staat und Revolution von Lenin, da ist auch ganz viel vom Kapital drin und Erklärung vom Kapital, dann Trotzki mit Übergangsphase und Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft von Engels. Also die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft von Friedrich Engels. Das sind schon gute Bücher. Aber das auch tatsächlich nur für Leute, die die Kreis wichsen wollen. Urteilen Sie das politische Klima zur Zeit? Könnte besser sein, ausbaufähig und da haben sicher soziale Medien auch einen Beitrag dazu. Der überbauten, der Hass im Netz brauche ich nicht dazu sagen. Ich glaube, da hätten wir viel zu tun. Ich finde ja viel interessanter, mir die Frage zu stellen, ob aktuelle Systeme funktionieren. Und ganz ehrlich, wenn ich mir Deutschland anschaue, dann keine Ahnung. Wenn ich mir Amerika anschaue, dann auf gar keinen Fall. Also wie kann ich ein System als funktionierend bezeichnen, in dem Menschen lieber sterben, als sich vom Krankenwagen das Leben retten zu lassen? Also wie kann ich da sagen, dass das ein funktionierendes System ist? Und jetzt mal unabhängig davon muss man ja Systeme auch immer an ihrer Machtposition global bewerten. Das ist ja nicht immer nur ein nationales Thema, sondern das sollte ja auch ein internationales Thema sein. Und wie kann ich von einem funktionierenden System sprechen, wenn die funktionierenden Systeme für so viel Leid sorgen? Karl ist nicht Drakon, Karl ist faul. Was ist das für ein Satz, Alter? Vielleicht keine Google-Links, ein Dokumentknaller oder was? ... zu tun, auch aus Politik. Naja, das politische Klima entspricht der ganzen Situation. Es gibt viele Herausforderungen, Leute sind... Wegen Quellenliste. Ja, was soll ich machen? Soll ich Sozialismus googeln und dann fucking das marxistische Archiv einfach jeden Einzellink in ein Dokument knallen und dann immer wieder drauf verweisen und dann liest es keiner oder wie? Also ein fleißiger Mensch. Keine Ahnung. Mir ist die Scheiße abrufbar. ... nervös, andere sind ängstlich, die Dritten sind engagiert. Das politische Klima ist tatsächlich extrem schwierig. Wir erleben es im Parlament. Es ist total polarisiert, die Leute haben Ängste, Sorgen. Klar, die Zeiten sind extrem herausfordernd und weltweit findet gerade eine starke... Das meinte ich doch. Nee, du meintest es damit nicht. Dein Empfinden von Fleiß scheint es zu sein, dass du eine Quellenliste zusammenstellst. Und ich brauche keine Quellenliste, weil ich mehr von euch erwarte. Ich erwarte einfach von jedem Interessierten, der mehr über das wissen möchte, der noch tiefer gehen möchte in die Materie, der im Original nachlesen möchte, von dem erwarte ich, dass er intelligent genug ist, ein marxistisches Archiv aufzumachen und sich die Scheiße durchzulesen. Daher habe ich das. Ich habe mir das ja nicht selber ausgedacht. Dieses Marxist.org zum Beispiel, das ist ein marxistisches Archiv. Da ist fucking alles aufgelistet, was man braucht für ein theoretisches Grundwissen. Aber ich halte auch ein theoretisches Grundwissen für gar nicht so entscheidend. Ich halte es nicht für entscheidend, dass man Sachen gelesen hat, um mitsprechen zu können. Viel wichtiger als etwas zu lesen, ist es etwas zu verstehen. Und ich glaube, um zu verstehen... Und um unser System zu verstehen, um zu verstehen, was falsch läuft, müssen die meisten Menschen nur in ihr eigenes Leben gucken. Die müssen einfach nur in ihr eigenes Leben gucken und dann reicht es, sich darüber Gedanken zu machen. In einer ruhigen Sekunde oder wenn wir hier drüber schnacken oder so. Das reicht aus. Die Annahme, dass man Leute damit überzeugen könnte, wenn man eine Quellenliste zur Verfügung stellt, ist in meinen Augen absurd. Weil die Leute, die mit dir argumentieren wollen, die dagegen argumentieren wollen, die sind nicht ernsthaft interessiert. Und um tatsächlich Quellen auch dann aufzurufen und sich damit kritisch auseinanderzusetzen, mit den eigenen Gedanken kritisch auseinanderzusetzen, muss ich ja eine Grundsympathie für die Person haben. Das andere ist für mich ein bisschen Gatekeeping. Ihr müsst Marx nicht gelesen haben, um mich Sozialist zu nennen. Das halte ich für Quatsch. Die Polarisierung von Politik statt, vor allem im Internet. Wenn ich mir die Armutsquote anschaue, das Problem mit Niedriglöhnen, die soziale Absicherung generell, das Gesundheitssystem, die steigende Mieten und so weiter und so fort. Also es gibt genug Gründe, wütend zu sein. Und die Leute lassen das auch immer mehr raus. Die Leute sind immer frustrierter. Das politische Klima ist auf jeden Fall angespannt hier in Thüringen, wo wir eine sehr hohe Zustimmung zur AfD haben, die die Verrohung der Sprache ins Parlament gebracht hat. Und wir erleben in der jüngeren Vergangenheit Übergriffe auf PolitikerInnen. Wir erleben Angriffe auf Büros und Einrichtungen. Und das sind einfach Grenzüberschreitungen, die für uns nicht hinnehmbar sind. Im Frühling 2024 kommt es zu mehreren körperlichen Attacken auf PolitikerInnen. Unter ihnen auch Miguel Claus. Der deutsche AfD-Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah hat sich aus dem aktiven EU-Wahlkampf und aus dem Bundesvorstand zurückgezogen. Gegen ihn laufen zu Redaktionsschluss Vorermittlungen wegen kolportierter Zahlungen aus Russland und China. Sein Büro in Brüssel wurde durchsucht, ein Mitarbeiter festgenommen, wegen Spionageverdachts. Auf TikTok versucht Krah, seine Follower zu aktivieren. Wir brauchen Reels auf allen sozialen Plattformen. Zahlreiche PolitikerInnen und Politiker haben ReclaimTikTok in ihre Videos aufgenommen. Im Mai 2024 gibt es unter dem Hashtag mehr als 30.000 Beiträge. Die Initiatoren sprechen von 60 Millionen Views. Reicht das, um einen Trend auszulösen, bei dem mehr Menschen von ihrer Stimme Gebrauch machen? Zumindest eines steht fest. Der politische Raum TikTok wird nicht mehr sich selbst überlassen. Ich denke, Initiativen wie ReclaimTikTok und andere zivilgesellschaftliche Initiativen sind enorm wichtig. Im Rückerobern der Sprache und auch der Räume, die Rechtsextremisten für sich behauptet haben. Als ich Kommunist wurde, hatte ich keine Ahnung von Marx, aber ich hatte ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten in dieser Welt und sie haben mich wütend gemacht. Die Theorie kam erst später. Das ist bei mir nicht anders gewesen. Die Sache ist, mit Leseempfehlungen. Leseempfehlungen sind für mich Kreiswichserei. Und nicht, dass das schlimm wäre. Ich halte es gut, Leseempfehlungen zu geben, aber Leseempfehlungen sollten nicht alles sein, was du tust. Weil Leseempfehlungen in dieser selbstdarstellerischen Zeit immer nur bedeuten, guck mal, was ich gelesen habe und du nicht. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen Gatekeeping und auch so ein bisschen Cringe. Weil man kann viel lesen. Man kann viel lesen über Marxismus, über Kommunismus, über Sozialismus. Man kann viel lesen von vielen unterschiedlichen Menschen. Viele Menschen haben viele gute Dinge geschrieben, aber ein ernsthaftes Interesse, ein ernsthaftes Interesse ist so viel entscheidender als theoretisches Wissen. So viel entscheidender. Politisieren. Was ist Gatekeeping? Gatekeeping ist, wenn du versuchst zu verhindern, dass Leute sich mit dir oder deiner Denkweise solidarisieren. Also wenn ich sage, ich bin Sozialist und du sagst, ich auch. Und dann sage ich, ja, ist das so? Hast du denn Staat und Revolution gelesen? Dann sagst du nein. Und dann sage ich, ja, dann bist du auch kein Sozialist. Das zum Beispiel wäre Gatekeeping. Und zu radikalisieren, das war ja eigentlich nie der Zweck dieser Online-Räume. Die Menschen auf TikTok, die sind nicht dumm. Man kann die auch inhaltlich abholen. Ohne... Hey, besuchst du in Irland zum Beispiel Konzerte? Nein, ich bin ein Stubenhocker. ...memes ohne Verkleidungen, ohne Jugendsprache. Klingt crazy, ich weiß. Aber ich mache Videos über Nazi-Verbrechen und das funktioniert auch. Auch Analphabeten können Sozialisten sein. Bruder, Oktober, Oktober 1917. 90% der russischen Bevölkerung waren Bauern, Analphabeten. Keiner von denen konnte lesen. Wie viele, die den Palast gestürmt haben, haben denn das Kapital gelesen? Kuba, Chile, Angola, Afghanistan. Wie viele der überzeugten Sozialisten, die für den Gedanken gestorben sind, die geblutet haben für Veränderungen? Vietnam, China. Wie viele hatten ein ausgeprägtes theoretisches Fundament? Auf TikTok so diesen Space irgendwie zu reclaimen, das wird nicht das ganze Problem aus der Welt schaffen, aber es zeigt halt irgendwie, wie auch diese ganz großen Demos gezeigt haben. Es gibt schon Gegenstimmen und die haben vielleicht jetzt gecheckt, oh, ich müsste vielleicht auch mal irgendwie laut werden oder versuchen, mich da irgendwie einzubringen. Und ich glaube, dass das gerade sehr, sehr viele Menschen merken und das gibt mir schon Hoffnung. Alle marxistisch educated wohl. Die Bauern hatten damals nur Düngemittel und Friedrich Engels. Das hatten die damals nicht in Russland. Sweet! Endlich wieder klar schauen können, ohne den Eckhund zu wechseln, kleiner als drei, kleiner als drei. Das war wieder eine saftige, themenbasierte Reaktion heute. Ja, weil ich am the face of reclaim TikTok. Ich brauche ja keine Ratschläge. Ich weiß, dass die Nazis TikTok übernehmen. Ich weiß, dass die nächsten Generationen und auch die derzeitige Generation sich politisch auf TikTok bildet und dass wir da entgegenwirken müssen. 到 açıl установ公art. ska du�! Dannouge Очень bleibeltÉ! Bis zum nächsten Mal!